Hallo und herzlich willkommen zu diesem kompletten Fiverr Tutorial hier auf YouTube. In diesem Video würde ich dir gerne zeigen, wie du auf Fiverr als Freelancer richtig gutes Geld verdienen kannst. Ich möchte dir live in diesem Video zeigen, wie ich an meinen ersten Kunden rangekommen bin und wie du das auch kannst. Wenn du dich in den gesamten über 7,5 Stunden langen Kurs einschreiben möchtest, dann gehe einfach in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link, aber auch wirklich nur über diesen Link kannst du dir den Kurs für gerade mal 9,99 Euro kaufen. Es gibt keine sofortigen Upsells, das sind 7,5 Stunden Content, die du für gerade mal 9,99 Euro bekommst. Ich möchte dir, wie gesagt, diesen Kurs nicht zu sehr hier anpreisen, ich bin bloß sehr überzeugt von dem. Also wenn er dir gefällt, wenn du gerne den gesamten Kurs haben möchtest, schau in die Videobeschreibung. Wenn nicht, dann hast du auch hier dieses Tutorial. Aber gut, viel Spaß mit diesem Video. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr euren Fiverr Seller Account erstellen könnt. Zuallererst haben wir ja schon mal den Namen eingegeben, jetzt natürlich in meinem Fall Leon Schottari, denn darunter haben wir unser Profilfoto. Ich habe das eben gerade nochmal geändert, um ein Foto zu nehmen, was vielleicht ein wenig besser aussieht, wo man auch mehr mein Gesicht sieht. Weil man darf nicht vergessen, dass die meisten Leute vor allen Dingen erstmal sich euer Gesicht anschauen. Und wenn sie euch sehen, werden sie dann sich denken, okay, der Person vertraue ich oder der Person vertraue ich nicht. Genau deswegen ist es halt, denke ich meine, es ist meines Erachtens ganz sinnvoll, ein Foto zu nehmen, wo man relativ repräsentativ wirkt und das auch vielleicht ein bisschen formell aussieht. Und ich dachte jetzt einfach, dieses Foto hier wäre zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Dann hinsichtlich der Descriptions, wir wollen hier natürlich einige Informationen mal mit einbringen. Ich habe einen kleinen Text vorgeschrieben, diesen könnt ihr natürlich auch gerne übernehmen. Ich würde euch aber eher vorschlagen, einen Text natürlich für euch selbst zu schreiben, weil den Text, den ich euch gleich zeigen werde, das ist wirklich nur ein Text, den ich für mich als Übersetzer geschrieben habe. Ich muss ehrlich zugeben, dass wenn ich halt auf Fiverr etwas verkaufe, nur halt als Übersetzer etwas verkaufe, weil um ehrlich zu sein, ich bin kein Designer, ich bin kein Webentwickler, ich kann in diesem Bereich dann keine Services anbieten. Zum Beispiel in meinem Fall habe ich meine kleine Beschreibung wie folgt geschrieben. Man sieht halt hier, das ist ein englischer Text, ich werde den dann nochmal vorlesen. Ich würde euch sowieso vorschlagen, vor allen Dingen einen englischen Text zu nehmen, weil einfach die Leute nicht unbedingt auf Deutsch suchen, sondern die meisten Leute werden auf Englisch suchen. Hier habe ich geschrieben, Professional English German Mandarin Translator und Editor with 7 plus years experience. Dann solche Dinge wie, I'm a native German and Mandarin Speaker, live in the US, thus speak flawless English as well, and worked in hundreds of projects, from simple to complex, from general to technical. All translations I provide will be of highest quality and precision. Heißt also, hier habe ich schon mal so ein bisschen meine eigene Erfahrung angesprochen, habe gesagt, okay, ich habe halt schon mal als Übersetzer gearbeitet, ich bin sehr, sehr gut in diesen drei Sprachen, nämlich Deutsch, Englisch, Mandarin. Jetzt natürlich in unserem Falle könnten wir auch sagen, okay, wir bieten nur Deutsch, Englisch Übersetzung an oder nur Mandarin Deutsch oder nur Mandarin Englisch und man sollte sich dann vielleicht doch besser auf nur zwei unterschiedliche Nischen fokussieren. Das soll jetzt aber nicht einen großen Unterschied machen. In deinem Falle würde ich dir eher vorschlagen, wenn du dich hier als Übersetzer anmeldest, dass du wirklich nur ein Sprachpaar nimmst, dass du zum Beispiel sagst, okay, Deutsch, Englisch oder Mandarin Englisch oder Englisch, Deutsch oder was auch immer. Und ich habe jetzt also hier nochmal die ganzen Sprachpaare aufgeschrieben, also Englisch, German, Englisch, Mandarin, Englisch, Englisch, Mandarin, Mandarin, German and German Mandarin und dann darunter nochmal das sogenannte Proof Reading, das heißt Fehlerlesen, dann Copywriting, also Werbetexte schreiben und dann Writing, Official, Letters, Resumes, Website Content, Blog Content und dann darunter auch nochmal Filing Applications, das heißt, wenn Leute zum Beispiel irgendeine Anmeldung ausfüllen wollen und vielleicht die unterschiedlichen Begriffe in der Anmeldung nicht verstehen, dann, wie gesagt, kann ich natürlich auch diesen Filing Application Service hier anbieten. Denn darunter habe ich noch geschrieben, Quality and Speed Matter, if you choose me, you will get both, I can't wait to help you accomplish your project, you are sincerely Leon Chaudhry. Eine Sache, die ich euch diesbezüglich sehr empfehlen kann, ist nochmal folgendes, wenn ihr zum Beispiel nun ein Designer seid, würde ich vor allen Dingen auch nochmal klipp und klar hier hinschreiben, ob die Arbeit, die ihr erledigt, tatsächlich auch dann der Person gehört, das heißt, ob die Person das Copyright hat zu dieser Arbeit oder nicht. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du erstellst jetzt ein Logo für eine andere Person, der will natürlich diese Person wissen, ob sie das Logo kommerziell verwenden darf. Da würde ich also nochmal was über Lizenzen reinschreiben, wenn du ein Übersetzer bist, reicht das hier auf jeden Fall aus. Wir machen also nun mal folgendes, wir nehmen diesen Text hier und kopieren den in unsere Beschreibung rein. So, Copy und dann Paste und jetzt haben wir den Text hier eingetragen, das ist ein bisschen mehr als 600, deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, nehmen wir vielleicht das Mandarin raus und sagen, wir sind nur ein Deutsch-Englisch-Übersetzer und können dann hier nochmal die unterschiedlichen Mandarin-Übersetzungen rausnehmen. Das heißt, wir bieten jetzt nur Englisch-German, German-English an und jetzt sehen wir schon, jetzt sind wir bei weniger als 600 Characters. Ich würde das Ganze nochmal ein bisschen auseinanderbringen, würde es vielleicht ein paar Spaces dazu machen und würde dann hier unten nochmal diesen kleinen Text reinkopieren und ich denke, dann sollten wir damit auch schon fertig sein. Es ist natürlich entscheidend, was du hier schreibst, weil, sagen wir es einfach mal so, wenn du halt nicht mit diesem Text überzeugst, dann wird es höchstwahrscheinlich sehr schwer sein, den Kunden zu überzeugen. Eine Sache müssen wir noch kurz hier hinzufügen, nämlich es hat hier nochmal so ein paar kleine Dinge abgeschnitten. Nehmen wir das hier nochmal und kopieren das nochmal rein und ich hoffe, das passt dann auch. Ich denke mal, es wird sehr, sehr knapp werden. Wenn nicht, lassen wir das Filing Applications einfach raus. So, den Punkt hat er auch nicht übernommen. Machen wir das nochmal kurz hier rein. Okay, den will er gerade anscheinend nicht übernehmen. Ne, okay, gut. Dann lassen wir das einfach so und nehmen vielleicht das sogar noch raus. Das heißt, wir bieten jetzt nur die Übersetzung an, Proofreading und Copywriting. Das würde tatsächlich in den meisten Fällen sogar ausreichen. Man kann natürlich jetzt auch hier die Übersetzung rausnehmen, oder man kann den Titel hier zumindest rausnehmen. Das ginge natürlich auch. Würde es zwar erstmal nicht machen. Ich finde immer ganz gut, wenn man so eine Tagline hat, wo man sich praktisch in einem Satz vorstellt. Zum Beispiel jetzt in meinem Falle könnte ich sagen, okay, ich bin professioneller English-German-Translator und Editor mit halt sieben Jahren Erfahrung. Das, wie gesagt, kann ich zum Beispiel angeben und dann darunter nochmal ein paar Infos und dann halt, was ich genau anbiete. Gut, haben wir das also nun hier festgelegt. Jetzt haben wir nochmal die Sprachen, die wir hier angeben müssen. Zum einen können wir natürlich angeben German-Deutsch. Da kann ich natürlich Native bzw. Bilingual angeben. Klicke hier auf Add. Und dann natürlich können wir noch eine weitere Sprache hinzufügen. Das wäre zum Beispiel jetzt Englisch und da kann man natürlich auch wieder ein Proficiency-Level von Native bzw. Bilingual angeben. Klicken hier auf Add und haben dann also diese beiden Sprachen hinzugefügt. Anschließend dann klicken wir auf Continue. Jetzt haben wir das schon mal erledigt. Und jetzt steht hier Your Occupation. Das heißt, was genau mache ich denn derzeit eigentlich? Und in meinem Falle kann ich natürlich sagen, Writing und Translation. Und ich habe das gemacht vom Jahre 2012 bis zum Jahre 2019. Dann choose two to five of your best skills in Writing and Translation. Natürlich in meinem Falle wäre es zum Beispiel Proofreading und Editing, Translation. Dann wäre das noch Article and Blogposts vielleicht. Dann, was könnte man noch nehmen? Website-Content. Und dann nochmal, was könnte man nehmen? Technical Writing. Sagen wir nochmal Technical Writing. So. Dann können wir also nun hier unten auch nochmal unsere Skills hinzufügen. Wir sehen hier, da steht Design. Da sind wir natürlich jetzt kein Experte drin. Das würde ich jetzt einfach mal hier updaten und würde zum Beispiel sagen, okay, ich bin ein Experte im Bereich Translation. Genau. Serbian Translation. Nehmen wir mal German Translation. Hoffen wir mal, dass er uns das gibt. German Translation. Aha, perfekt. Und wir sagen, okay, wir sind ein Experte in diesem Bereich. Klicken dann auf Update. Können nochmal ein paar weitere hinzufügen, wie zum Beispiel Copywriting. Nehmen wir Copywriting. Und dann bin ich natürlich auch in diesem Bereich ein Experte. Klicken wir auf Add New. Und dann nehmen wir vielleicht nochmal, was könnte man hier nehmen? Sowas wie Proofreading. Könnte man auch gerne nochmal nehmen. Proofreading. Und hier auch wieder Expert. Und dann vielleicht auch nochmal Editing. So, Editing. Editing. Proofreading. Editing. Editorial Writing. Dann auch wieder Expert. Und dann wieder Add. So, jetzt haben wir uns insgesamt vier unterschiedliche Dinge hier hinzugefügt. Vielleicht nehmen wir nochmal English Translation. Das wäre auch gar nicht schlecht, dass wir das zumindest nochmal dabei haben. Experience Level auch wieder Expert. Auch wieder Add. Und jetzt haben wir diese fünf unterschiedlichen Skills hier mal aufgelistet. Dann darunter die Education, die eigene Education können wir ja gerne jetzt zum Beispiel für mich machen. Geben wir also nun hier Germany ein. Geben dann hier den College Name ein. Das ist Technische Universität Berlin. Oder vielleicht nimmt er auch TU Berlin an. Wahrscheinlich aber nicht. Na gut. Schreiben wir es einfach nochmal rein. Technische Universität Berlin. Und dann kann ich natürlich hier nochmal mein Major, das heißt mein Fach angeben. In meinem Falle, genau. Gebe ich halt hier zum Beispiel an. Bachelor of Science. Und das wäre halt Economics und Mathematics. Ich habe mal ehrlich zu sein, den Studiengang nicht abgeschlossen. Man muss bloß hier etwas eingeben. Mathematics. Und dann, wie gesagt, haben wir hier nochmal das Jahr. Das nimmt er anscheinend nicht an. Dann das Jahr. Können wir sagen, zum Beispiel 2019. 2019, das ist jetzt wie gesagt nur ein Beispiel. Wir klicken dann auf Add. Natürlich bin ich da nicht. Graduated, sondern 2022. So, Update. Und dann Certification. Da können wir natürlich noch irgendwelche Zertifikate einbringen, wenn wir welche haben. Zum Beispiel, wenn du jetzt zertifiziert bist von Adobe oder zertifiziert von YouTube oder was auch immer, kann man das hier gerne mit einbringen. Wenn du keine Zertifikate hast, dann würde ich es auch einfach nicht mit einbringen. Und hier unten dann eine Webseite. Ich habe um nichts zu sein, keine persönliche Webseite. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal, ja, nicht hinschreiben. Klicken wir mal auf Continue und dann LinkedIn Accounts. Da können wir jetzt zum Beispiel Facebook mit verbinden und Google. Oder halt LinkedIn würde ich das empfehlen. Um echt zu sein, eher nicht, weil du es einfach nicht brauchst. Du kannst natürlich dein LinkedIn Profil hier angeben, um halt zum Beispiel zu sagen, okay, ich bin Experte und hier kannst du meinen Expertenstatus einsehen. Kannst natürlich auch Google verlinken, damit Leute dir schreiben können. Oder halt Facebook. Das sind alles Möglichkeiten. Bloß musst du es tun. Nein, keinesfalls. Wenn du einen von diesen verlinkst, würde ich dir vor allen Dingen vorschlagen, LinkedIn zu verlinken, weil die Leute dann da auch sehen können, was du denn bisher eigentlich alles so geleistet hast. Dann klicken wir auf Continue. Jetzt geht es nochmal um die Account Security. Das heißt, hier legen wir nochmal eine Telefonnummer fest und die E-Mail. Jetzt in meinem Falle haben wir schon die E-Mail verifiziert. Das heißt, ich müsste schon durchkommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schauen wir mal. Genau, you're almost done. A minimum completion rate of 70% is required. Okay, wir müssen also noch ein paar Dinge hinzufügen, wie zum Beispiel linked accounts. Heißt, in deinem Fall würde ich dir jetzt nochmal vorschlagen, fass nochmal einige oder nimm einige von deinen Social Accounts und verbinde die. Nämlich, die wollen ja, dass du praktisch eine Completion Rate von mindestens 70% hast. Füge nochmal ein paar Interessen hinzu und dann, wie gesagt, hast du schon deinen Fiverr Account. Ganz ehrlich, ist es denn so irre wichtig, ob du nun 70% oder 80% oder 90% hast? Eigentlich nicht. Die wollen natürlich so viele Informationen wie möglich von dir. Sodass halt auch der Kunde ganz genau sehen kann, okay, diese Person hat es auf dem Kasten, beziehungsweise hat Erfahrung in dem, was sie tut, beziehungsweise, dass der Kunde ganz genau herausfinden kann, was du denn eigentlich alles kannst. Das, wie gesagt, spielt für Fiverr eine Rolle. Jetzt in deinem Falle würde ich einfach dir vorschlagen, füge nochmal ein paar Informationen zusammen, mach den Account ein bisschen vollständiger und dann wirst du relativ schnell bei diesen 70% landen. Und dann, wie gesagt, kannst du jederzeit hier auf der Plattform als Seller auftreten. Aber gut, das war es ja nun hier für dieses Tutorial. Ich danke dir, dass du dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können. Ich wollte euch nun nochmal kurz ein kleines Update geben, nämlich ich habe eben gerade nochmal rumprobiert und habe geschaut, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, ohne seine Social Accounts auf die 70% zu kommen. Das ist leider nicht möglich. Genau deswegen habe ich jetzt alle von meinen Social Accounts halt hier mit Fiverr verbunden, habe sie, wie gesagt, verifiziert, habe dann auch nochmal meine Telefonnummer angeben und so weiter und so fort. Ich weiß, viele von euch werden sicherlich nicht solche Datenkraken mögen, wo man ganz, ganz viele Daten angeben muss, nur überhaupt, um auf der Plattform angemeldet zu sein, beziehungsweise überhaupt einen Account zu bekommen. Aber leider gibt es keinen Weg, wie scheint daran vorbei. Heißt also, ihr müsst eure Daten angeben, ihr müsst tatsächlich zum Beispiel eure Telefonnummer angeben, ihr müsst eure E-Mail angeben, ihr müsst eure Social Accounts verbinden und so weiter und so fort, damit ihr halt bei diesen über 70% landet. Und sobald ihr halt das gemacht habt, sieht man hier oben, seid ihr bei diesen über 70%, könnt auf Finish klicken und dann All Done. Now that your profile is complete, you can get to the exciting stuff, creating your first gig, forgot something you can finish, you can always go back and edit your profile. Was wir jetzt also machen, wir starten mit unseren ersten Gigs, klicken hier auf Finish und dann haben wir das Ganze schon erledigt. Was wir nun in den kommenden Videos machen werden, ist das folgende. Wir werden es in den kommenden Videos anschauen, wie man da eigentlich einen Gig erstellt, von vorne bis hinten. Das kann, wie gesagt, ein bisschen dauern. Das wird auch ein relativ langer Prozess werden, aber ich denke, das wird euch sehr viel Spaß bereiten und nach dem nächsten Video werdet ihr dann euren ersten eigenen Gig auf Fiverr haben. Aber gut, das war es dann nun hier für dieses Video. Vielen, vielen Dank, dass du dir angeschaut hast und wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion. In diesem Video würde ich dir gerne zeigen, wie du deinen ersten Fiverr-Gig erstellen kannst. Wir werden in diesem Video wirklich von A bis Z gehen und uns von Anfang bis Ende anschauen, wie du deinen ersten Fiverr-Gig erstellen kannst. Und wir starten einfach mal mit dem sogenannten Gig-Title. Hier geben wir den Titel ein, das heißt, wir geben praktisch an, was wir denn eigentlich verkaufen möchten. In unserem Falle kann man zum Beispiel sagen, I will, und da kann man sich übrigens auch an den Konkurrenten mal so ein bisschen orientieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Deutsch-Englisch-Übersetzung angeben möchte, dann würde es natürlich Sinn machen, sich einfach mal anzuschauen, was die anderen Leute zu bieten. Zum Beispiel, I will provide excellent English German Translation. So etwas Ähnliches könnte man zum Beispiel auch machen. Dass man sagt, I will provide excellent English German Translation. Und das, wie gesagt, ist jetzt nur ein Beispiel, aber wir sehen, so könnte man es zum Beispiel machen. Dann darunter geben wir die Kategorie an, um halt einfach einschätzen zu können, okay, was bieten wir denn eigentlich an? Und vor allen Dingen, damit wir auch besser auf der Plattform ranken, nämlich der Algorithmus sucht natürlich nach zwei unterschiedlichen Dingen, nämlich einmal nach dem Titel und einmal nach der Kategorie. Heißt, wenn zum Beispiel im Titel drin steht, German English Translation, werden wir höchstwahrscheinlich auch gut unter diesem Suchbegriff ranken. Wenn wir jetzt zum Beispiel da auch gleichzeitig noch die richtige Kategorie dabei haben, dann ist das doppelt gut für uns. Also, geben wir also nun mal die Kategorie ein, nämlich Writing und Translation. Und dann geben wir noch eine Subkategorie ein. In unserem Fall könnte das zum Beispiel sein, Translation. Und dann darunter können wir nochmal eingeben, ob wir nun zum Beispiel die Subkategorie Translation haben wollen, was wir haben. Oder halt Transcripts oder halt Proofreading und Editing. Wir haben uns nun für die erste entschieden, nämlich Translation. Dann darunter geben wir mal die Sprachen an, nämlich welche Sprachen können wir, beziehungsweise in welchen Sprachen können wir übersetzen. Da können wir zum Beispiel sagen, from, sagen wir mal German to English und dann from English to German. Geben wir also nun mal kurz hier German ein, to English. Und dann darunter können wir dann angeben, English to German. So, dann haben wir das jetzt auch festgelegt. Und wir klicken dann hier auf Document Type. Hier geben wir also nun an, welche Arten von Dokumenten wir übersetzen können. In meinem Fall sage ich immer ganz gerne General Conversational. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch andere Dinge angeben, wie zum Beispiel Books and Literature, Contractual Legal, Financial Reports, Government Documents, Localization, Scripts und so weiter. Das heißt, in deinem Fall könntest du natürlich auch andere Dinge wählen. Ich mag ganz gerne die General und Conversational Texts übersetzen, deswegen klicke ich jetzt da drauf. Und dann darunter Industry Expertise. Das heißt, hier gehen wir so praktisch nochmal an, in welcher Industrie wir uns besonders gut auskennen. Zum Beispiel in meinem Fall würde ich sagen, Marketing und Media, da kann ich immer sehr gut Übersetzungen tätigen. Geben wir also das mal ein, mal schauen, gibt es noch irgendwas anderes, was vielleicht sinnvoll wäre. Nein, ich würde mal sagen, wir nehmen Media und Marketing. Dann darunter können wir nochmal einige Tags hinzufügen. Das heißt, wir können zum Beispiel hier sagen Translation oder Translate. Dann können wir nochmal vielleicht den Tag German, English German eingeben. Dann können wir nochmal English Translation eingeben. Dann könnten wir auch nochmal Transcription eingeben oder Transcriber. Und was könnten wir noch vielleicht? Wir können ja nochmal solche Sachen eingeben wie Conversational, Conversation, sowas. Dann klicken wir auf Save and Continue. Und jetzt haben wir schon mal den ersten Teil abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Gig. Es gibt unterschiedliche Arten von Gigs. Nämlich einmal können wir sagen, okay, wir bieten einen Basic-Gig an, was einfach nur bedeutet, dass wir einen einzigen Service anbieten. Was sich übrigens bei Übersetzungen tatsächlich in den meisten Fällen sehr lohnt. Weil du nämlich bei diesen Basic-Gigs dann eigentlich nur folgendes machst. Nämlich für all die Leute, die sich jetzt bisher mit Fiverr nicht besonders gut auskennen. Ich gehe jetzt da mal über ein Beispiel rüber. Nehmen wir zum Beispiel an, wir gehen jetzt hier auf die erste Person, Jessica Pierce. Dann sehen wir hier, es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten. Nämlich einmal Premium, Standard und es gibt Basic. Normalerweise ist es eigentlich anders geordnet, als Basic auf der linken Seite ist. Aber gut, scheinen sie anscheinend geändert zu haben. Hier sehen wir also, dass zum Beispiel Basic kostet 4,65 Euro. Da werden also zwei Revisionen durchgeführt und es werden 250 Wörter übersetzt. Dann für 9,29 Dollar werden 500 Wörter übersetzt. Und es gibt vier Revisionen und dann gibt es Unlimited Revisionen. Und da kann man halt dann sich zum Beispiel 1.000 Wörter übersetzen lassen für 18,58 Euro. Was natürlich relativ günstig ist. Und wenn wir uns jetzt ein paar andere anschauen, wenn wir genau dasselbe sehen. Da bieten also Leute Übersetzungen an von einer bestimmten Anzahl an Wörtern für einen bestimmten Preis. Wir können ja mal zurückgehen in unseren Gig rein. Und wir können jetzt hier auf Try Now klicken. Dann können wir drei unterschiedliche Gigs anbieten. Wir können aber den Basic Gig anbieten, dann den Standard Gig und den Premium Gig. Wenn du zum Beispiel nur nach der Anzahl der Wörter gehst und zum Beispiel sagst, okay, ich gebe dir Unlimited Revisions. Das heißt, wenn zum Beispiel der Text nicht gefällt, werde ich den immer wieder überarbeiten, bis er dir gefällt. Und du sagst zur selben Zeit, dass du dich wirklich nur anhand der Wörter orientierst. Dann kannst du zum Beispiel auch nur einen Basic Plan dir nehmen und brauchst halt nicht den Premium Plan hier. Aber da wir drei unterschiedliche Dinge anbieten wollen, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, nehmen wir den Basic Standard Premium Plan, dass wir also drei unterschiedliche Dinge anbieten können. So, gehen wir mal zuallererst den Namen für das Basic Package ein. Da können wir zum Beispiel sagen, können Sie auch gerne mal an den anderen hier orientieren. Die haben zum Beispiel geschrieben, Flawless Translation, Standard Package und Pro Package. Jetzt in unserem Falle würde ich mich tatsächlich sogar fast an den Titel hier halten. Ich würde sagen, Basic Package, dann hier Standard Package und dann Premium Package. Dann können wir hier drunter beschreiben, was wir genau bieten. Zum Beispiel hier können wir sagen, sagen wir mal 300 words, but translate 300 words, one revision included. Wir können hier den Text kopieren und können hier drüben einfügen, bloß, dass wir hier sagen, und das können wir gleich beim Preis auch festlegen, dass wir hier zum Beispiel 1000 Wörter übersetzen und hier zum Beispiel übersetzen wir dann, sagen wir mal 5000 Wörter. Oder vielleicht sollte man es ein bisschen anders staffeln, sagen wir mal, wir nehmen hier 500, hier nehmen wir 250 und hier nehmen wir 1000. Das lässt sich dann später auch vielleicht ein bisschen besser rechnen. Und hier sagen wir, okay, innerhalb von zwei Tagen und hier sagen wir, innerhalb von zwei Tagen können wir diese Arbeit erledigen. Und dann können wir hier zum Beispiel sagen, okay, hier gibt es zwei Revisionen und hier haben wir dann Unlimited Revisions. Revisions, wie gesagt, bedeutet, wenn der Text zum Beispiel nicht gut ist, beziehungsweise irgendwelche Fehler immer noch drin sein sollten, dann kann natürlich jederzeit die Person uns anschreiben und sagen, könntest du vielleicht nochmal hier ein paar Sachen umschreiben? Oder zum Beispiel, wenn der Person nochmal ein paar Kleinigkeiten einfallen kann, sonst schreiben und sagen, ah, ich hätte gerne nochmal diesen Satz hier übersetzt oder den habe ich jetzt ein bisschen anders umstrukturiert, könntest du ihn vielleicht nochmal übersetzen? Das, wie gesagt, ist immer eine Möglichkeit. Dann haben wir hier natürlich die Delivery Time, das heißt, wie lange dauert es, bis der Service erledigt wurde, zum Beispiel drei Tage, könnte man jetzt hier beim Basic Plan sagen, man könnte hier zwei Tage sagen und dann hier auch wieder zwei Tage, das hatten wir hier oben bereits reingeschrieben. Dann die Revision, hier haben wir eine Revision, hier haben wir zwei Revisionen und dann hier haben wir praktisch Unlimited, das heißt, wir können jetzt hier auf Unlimited klicken, dann haben wir das schon mal fertiggestellt, hier können wir dann die Anzahl an Wörtern eingeben, die für einen bestimmten Betrag übersetzt werden. Komischerweise gibt es jetzt hier nicht die 250, so, 250, und die will er jetzt irgendwie gerade nicht annehmen, so, jetzt haben wir es, 250, dann haben wir hier, mal sehen, Words Included, ich hoffe, der will uns nicht, dass wir die Einzelnen angeben, ich glaube, möchte es sein nicht, ich würde mich sehr, sehr wundern. So, geben wir 250 ein, komischerweise nimmt das nicht, wir schauen gleich mal, was da falsch ist. Können wir hier zum Beispiel 500 eingeben und dann können wir hier zum Beispiel 1000 Wörter eingeben. So, okay, hat er doch alles angenommen. Dann Proofreading, ist das dabei, ja, könnte man machen, oder, naja, gut, ist jetzt wie gesagt die Frage, ja, bieten wir an, auch für 250 Wörter Proofreading, Document Formatting machen wir nicht, Language Style Geld machen wir auch nicht, Transcription machen wir auch nicht, und Subtitling machen wir auch nicht, das heißt, wir bieten jetzt hier praktisch diesen Service, sagen wir mal, für 5 Dollar an, das heißt, 250 Wörter für 5 Dollar, dann haben wir 500 Wörter, machen wir für 10 Dollar, und dann geben wir hier vielleicht mal einen kleinen Discount, wo wir sagen, okay, wir machen 1000 Wörter, machen wir für 15 Dollar, das ist schon sehr, sehr günstig, wenn man das so macht. Dann My Gig Extras, da können wir zum Beispiel sagen, Additional Words, da würde ich um echt zu sagen, erstmal gar nichts eintragen, nämlich, das musst du eigentlich nicht, weil wenn zum Beispiel Leute mehr Wörter haben wollen, können sie die auch jederzeit eintragen, lassen wir das mal raus, dann Extra Fast Delivery, da könnte man zum Beispiel sagen, okay, I will deliver only in one day only, für, sagen wir mal, 5 weitere Dollar, und hier sagen wir auch zum Beispiel, 5 weitere Dollar, und hier sagen wir zum Beispiel, für 10 weitere Dollar. So, dann Additional Revisions, kostet zum Beispiel, 5 Dollar extra, und dauert weitere 2 Tage, und dann Document Formatting, machen wir nicht, Language Style Geld, machen wir nicht, Subtitle machen wir auch nicht, und das sollte es eigentlich schon tatsächlich gewesen sein, das heißt, wir haben nun ein Basic Package, ein Standard Package, ein Premium Package, und wir können dann hier zum Beispiel anbieten, okay, 250 Wörter, hier 500 Wörter, hier 1000 Wörter, haben das wie gesagt, alles so schön eingetragen, haben die Revisions eingetragen, haben eingetragen, wie lange es dauern wird, und dann wie gesagt, klicken wir hier unten nur noch auf Save and Continue, und dann sind wir auch schon damit fertig. Jetzt kommen wir zur Description, hier können wir unseren Gig beschreiben, zum Beispiel könnte ich jetzt hier einige Dinge, aus meiner Beschreibung über, aus meiner Profilbeschreibung, kann ich reinkopieren, oder ich kann natürlich nochmal einen komplett neuen Text schreiben, und könnte zum Beispiel sagen, I will provide excellent English German, and German English Translations for you. Dann könnte man hier vielleicht nochmal angeben, dass man weiterhin Copywriting und so weiter anbietet, zum Beispiel additionally, I will, additionally, I offer proofreading and and Copywriting, können wir zum Beispiel sagen, and I will deliver your work in super fast time. dann könntest du zum Beispiel hier nochmal so einige Dinge angeben, halt über dich, dass du sagst, okay, ich bin Native Speaker und so weiter, I am a native German and English Speaker, und dann nochmal ein paar Infos, und worked in hundreds of projects from simple to complex, from general to technical, all translations I provide will be of highest quality and precision, und dann gibt man hier unten nochmal vielleicht an, Quality and speed matter, if you choose me, you will get both, und dann nochmal die Infos, und dann haben wir tatsächlich schon den Gig beschrieben, so einfach kann es gehen. Dann sind wir damit fertig, ich würde nochmal einige Sachen so ein bisschen highlighten, dass man zum Beispiel sagt, okay, man highlightet die erste Zeile, man highlightet hier nochmal ein paar Informationen, natürlich kannst du jetzt auch nochmal ein bisschen mehr hier Arbeit reinstecken, was ich dir übrigens auch empfehlen würde, weil ich das jetzt sehr schnell gemacht habe, kannst du mal so ein paar Informationen geben, was du eigentlich ganz genau anbietest, könntest zum Beispiel hier nochmal mit kleinen Listen arbeiten, und könntest dann wie gesagt nochmal einige Dinge hier vielleicht ein bisschen fetter machen. Dann frequently asked questions, add questions and answers for your buyers, da können wir zum Beispiel jetzt ein FAQ hinzufügen, können zum Beispiel die Frage, do you translate to German as well, und dann kann ich zum Beispiel hier angeben, yes, I also translate to German from English, und dann nochmal gerne solche Sachen, die man verneint, wie zum Beispiel, da können wir noch einen weiteren FAQ hinzufügen und sagen, do you also offer transcription services, und dann könnte ich sagen, no, I don't offer any subscription services yet. klick auf add, und dann klicken wir auf save and continue, und dann sind wir auch schon damit fertig, wir haben jetzt unseren GIG gespeichert, und jetzt haben wir nochmal die sogenannten requirements, nämlich die requirements, jetzt nochmal Informationen, die wir unbedingt von der Person brauchen, die bei uns praktisch einen Service möchte. Hier sehen wir nun, tell your buyer what you need to get started, structure your buyer instructions as free text, a multiple choice question or file upload, und hier zum Beispiel haben wir so free text, dann multiple answers, können wir zum Beispiel hier eingeben, oder können wir dann nochmal ein attached file, da würde ich zum Beispiel folgendes machen, würde ich zum Beispiel einfach sagen, please provide your text in an editable file, like doc, docx, or txt, dann klicken wir auf add, und dann können wir noch weitere requirements hinzufügen, wenn wir wollen, brauchen wir aber eigentlich nicht, nee, brauchen wir tatsächlich nicht, dann klicken wir auf save and continue, und jetzt sind wir auch schon damit fertig, jetzt können wir nochmal ein paar GIG Fotos hochladen, da würde ich dir folgendes vorschlagen, ich bin grundsätzlich ein großer Fan von der Software Canva, ich denke einige von euch haben auch schon mal von Canva gehört, und was man praktisch mit Canva machen kann, ist ihr könnt eure eigenen Designs erstellen, und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass ihr ein Design erstellt, für praktisch euren, ja, für euren GIG, zum Beispiel könnte man hier jetzt die Größe von einem YouTube Thumbnail nehmen, das bietet sich immer ganz gut an, und man könnte jetzt hier zum Beispiel einige Informationen angeben, so dass man halt sagt, dass du halt Translation Services anbietest, ich mag es immer ganz gerne, mein eigenes Gesicht nochmal zu zeigen, zum Beispiel könnte man das wie folgt strukturieren, suche mal nach einem guten Beispiel, oder nehmen wir mal eins von den Designs hier, vielleicht nehmen wir mal das hier, da können wir jetzt hier zum Beispiel ein Design wählen, und ich gehe jetzt mal hier auf Uploads, weil ich habe zum Beispiel ein Foto von mir selbst hier hochgeladen, und könnte dann halt zum Beispiel dieses Foto nochmal mit in, die eigentliche Datei mit in das eigentliche Design einfügen, damit es dann einfach ein bisschen repräsentativer wirkt. Ich würde euch auch grundsätzlich vorschlagen, dass ihr euer Gesicht zeigt nochmal auf den Gigs, weil das halt einfach ein sehr, sehr einfacher Weg ist, wie du tatsächlich, ja, die, wie sagt man, dass du dann wirklich auch das Vertrauen von den Leuten bekommst. Schauen wir einfach mal, ob ich das Bild hier wiederfinden kann, du siehst schon, es sind sehr, sehr viele Sachen, die ich hier hochgeladen habe, und sobald wir es gefunden haben, können wir es dann hier wie gesagt jederzeit hochladen, und können das für unseren GIG benutzen. Übrigens, das werden wir gleich auch nochmal machen, nämlich wenn du zum Beispiel jetzt Übersetzungen anbietest, würde ich dir grundsätzlich vorschlagen, dass du zum Beispiel einfach mal eine Flagge auch nochmal hochlädst, zum Beispiel sowas wie die deutsche Flagge oder so, wenn du halt deutsche Übersetzungen machst, weil das ist natürlich ein Eyecatcher. Die Leute gucken drauf und sehen, okay, der bietet deutsche Übersetzungen an, da ist eine deutsche Flagge, da werde ich mal draufklicken. So, jetzt sollten wir es auch wirklich gleich haben, und dann können wir es wie gesagt hier hochladen, und dann sind wir auch schon damit fertig. Da haben wir es jetzt. Genau. So, nehmen wir mal dieses Foto zum Beispiel, und laden das hier hoch, ziehen das vielleicht ein bisschen größer, das ist nämlich auch das Foto, das ich in meinem GIG verwende, und können es hier zum Beispiel noch ein bisschen größer machen, denke ich mal, und haben mich dann praktisch hier auf der rechten Seite, und da können wir zum Beispiel noch eine deutsche Flagge uns anschauen, im German Flag, und nehmen dann zum Beispiel hier mal eine deutsche Flagge, und diese können wir dann hier auch nochmal hochladen, ziehen die einfach hier kurz rein, so, dann sehen wir schon, wir haben jetzt gleich die Flagge, die wir hochladen können, die würde ich dann mit einfach ins Bild integrieren, sieht meines Erachtens einfach besser aus, wenn ihr das so macht, vielleicht sogar im Hintergrund, und jetzt können wir hier zum Beispiel angeben, Professional, und dann Translation, ich würde gar nicht so viel schreiben, ich würde hier sogar einiges rauslöschen, weil wir einfach diese Teile vom Text nicht brauchen, löschen wir das hier alles nochmal raus, und jetzt sehen wir schon, okay, jetzt haben wir dieses Design hier, ich würde vielleicht den Text nochmal ein bisschen größer machen, dass man es auch wirklich lesen kann, vielleicht auf die Größe 104, vielleicht ist es auch ein bisschen groß, aber schauen wir mal, ob wir das ein bisschen hier eingefügt bekommen, und vielleicht machen wir es zumindest ein bisschen kleiner, erst mal auf 88, ja, wahrscheinlich ist das auch schon wieder zu groß, machen wir es nochmal ein bisschen kleiner, 64, zack, da haben wir es, da haben wir es, so, wir haben jetzt also praktisch diesen Text hier nochmal hinzugefügt, Professional Translation, ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wir können natürlich noch weitere Infos hinzufügen, aber erstmal für das erste Bild, denke ich mal, ist das Ganze in Ordnung, klicken wir also nun hier auf Download, laden das runter, als eine PNG, und dann mal sehen, ob es reinziehen können, wenn nicht, müssen wir es gleich nochmal abspeichern, und jetzt können wir es hier so reinziehen, okay, und jetzt haben wir es hier hochgeladen, das sieht schon mal meines Erachtens gar nicht so schlecht aus, aber komischerweise wurde es, glaube ich, ein wenig schlecht formatiert, wir können es hier mal kurz hier reinziehen, um zu schauen, ob es auch wirklich gut ist, ja, der hat es komisch formatiert, deswegen werden wir das auf jeden Fall mal kurz ändern, nehmen wir einfach den Text nochmal schnell hier raus, und dann ändern wir das einmal kurz ab, so, Delete Group, jetzt fügen wir nochmal hier einen Text zu, so das von wie Professional Translation, machen den Text natürlich weiß und ein bisschen größer, wählen dann zum Beispiel so eine Schrift, ich mag aber ganz gerne Leaks Barton, die kann man zum Beispiel ganz gut verwenden, die machen wir dann mal auf Größe vielleicht 64, ziehen das uns mal so ein bisschen hier zusammen, das sieht doch gar nicht schlecht aus, fügen das hier ein, vielleicht sogar noch einen Ticken größer, weil wie gesagt, je größer, desto besser in diesem Falle, weil dann Leute natürlich den Text auch wahrnehmen, so Professional Translation, so haben wir das auch erledigt, und jetzt klicken wir hier auf Download, Download, und jetzt laden wir nur noch dieses Design wieder hoch, so und dann ziehen wir jetzt einfach nur noch mal kurz hier das Design rein, wir können es ja einfach so mal hier hochziehen, dann haben wir das auch schon fertig, und natürlich wäre es jetzt in deinem Falle ganz sinnvoll, wenn du einfach noch mal ein paar weitere Fotos hochladen würdest, zum Beispiel hier noch mal ein Foto, wo man vielleicht einige Informationen darstellt, wo man zum Beispiel sagt, okay, ich biete Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch, Übersetzung an, oder zum Beispiel, wo du sagst, ich biete Transkriptionen an, wenn du Transkriptionen anbietest, und so weiter und so fort, das heißt, diese Galerie auszustatten, meines Erachtens, ist gar nicht mal so schlecht, und vor allen Dingen, und ich finde, das ist noch viel, viel professioneller, ich würde auf jeden Fall ein kleines Video machen, das heißt, ich würde ein Video produzieren, wo ich mich vorstelle als Übersetzer, und würde dann halt natürlich im Video auch mal so einige Dinge erklären, wo ich zum Beispiel sage, okay, ich bin professioneller Übersetzer, ich kann dir tolle Übersetzungen machen, und würde ich vielleicht auch noch mal, wenn du halt tatsächlich als Übersetzer arbeiten möchtest, noch mal in beiden Sprachen etwas sagen. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, versuch so viele Fotos wieder irgendwie möglich hochzuladen, diese Fotos sollten natürlich auch Sinn machen, das sollten jetzt nicht irgendwelche Spaßfotos sein, sondern wirklich Fotos, die in Gig beschreiben, und dann darunter auch noch mal ein kurzes Video hochladen, und wenn du möchtest, auch noch mal sogar eine PDF, wo du vielleicht mal eine Leseprobe geben kannst, wo du sagen kannst, okay, das ist eine Übersetzung, die ich getätigt habe, das zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Aber gut, dann klicken wir hier auf Save and Continue, mal sehen, ob man es durchlässt, ja, tatsächlich lässt das, obwohl wir tatsächlich nur ein einziges Foto hochgeladen haben, ich würde dir wie gesagt vorschlagen, noch weit mehr Fotos hochzuladen. Dann klicken wir jetzt hier auf Publish Gig, und jetzt ist der Gig live. Wir können uns hier diesen Gig mal zusammen anschauen, wir sehen jetzt hier, our studies show that promoted Gigs are three times more likely to sell, wir können jetzt hier natürlich unseren Gig noch promoten, aber wie gesagt, dazu kommen wir in einer Sekunde, wir machen das später noch mal ein bisschen mit Facebook Ads, aber wenn wir jetzt hier unseren Gig öffnen, dann sehen wir schon mal folgendes, haha, der Gig ist live, und derzeit wird wie gesagt diese Übersetzung angeboten für 4,65 Euro, Standard ist 9,29 Euro, und Premium ist dann 13,94 Euro. Wir sehen hier noch mal alles, was wir anbieten, wir sehen hier, dass ich gerade online bin, und dann wie gesagt die ganzen Informationen hier unten noch mal, und dann Infos zu diesem Gig. Wir haben es geschafft, wir haben nun unseren ersten eigenen Gig fertiggestellt, ich danke dir, dass du dir dieses Tutorial angeschaut hast, und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Tutorial wiedersehen können. Eine Frage, die ich immer wieder bekomme ist, lohnt sich denn eigentlich noch Fiverr? Gibt es nicht schon viel zu viele Gigs auf der Plattform, und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns mit dem Algorithmus beschäftigen, und natürlich auch noch mal mit dem Marketing für deinen Fiverr Gig. Sagen wir einfach schon mal so viel, Fiverr sagt dir auch, wenn du deinen Gig erstellst, dass ein Gig, der vermarktet wird, natürlich sehr viel mehr Geld abwirft, als ein Gig, der nicht vermarktet wird. Zum Gig-Marketing kommen wir noch mal am Ende von diesem Kurs, da sprechen wir noch mal über Facebook-Marketing, und vor allen Dingen über Quora-Marketing, und noch mal ein paar andere Wege, wie du halt deine Gigs promoten kannst. Bevor wir aber das tun, würde ich gerne mit dir noch mal über den eigentlichen Algorithmus der Plattform sprechen. Weil wenn wir sagen, okay, auf Fiverr gibt es die Möglichkeit, Geld zu verdienen, oder es gibt nicht die Möglichkeit, Geld zu verdienen, müssen wir das ja auch irgendwie begründen. Und man könnte vielleicht auf den ersten Blick denken, dass, wenn man zum Beispiel eingibt bei Fiverr Logo Design, man doch wirklich nur die Top-Designer findet. Heißt also, die Leute, die bereits extrem viele Bewertungen haben, beziehungsweise extrem viele Aufträge abgeschlossen haben. Und die Antwort ist Jein. Man findet zwar sehr, sehr viele Leute, die bereits viele Aufträge abgeschlossen haben, bloß immer mal wieder ist es so, dass Fiverr natürlich auch die Leute, die bisher noch nicht besonders viele Aufträge abgeschlossen haben, auf die erste Seite bringt. Heißt also, es gibt für dich auch die Möglichkeit, selbst wenn du noch nicht irgendwie tausende von Bewertungen hast, oder vielleicht noch nicht mal zehn Bewertungen hast, auf die erste Seite zu kommen. Fiverr versucht da immer so ein bisschen rumzumixen und zu schauen, dass jede Person auch möglichst fair behandelt wird. Und dann natürlich als zweiten Punkt, und das ist noch viel wichtiger, muss man sich überlegen, wie denn überhaupt Sales zustande kommen. Es gibt zum einen natürlich die Möglichkeit, direkt über die Suchfunktion zu schauen. Das heißt, man gibt zum Beispiel ein Logo Design oder Intro Design oder sagen wir mal Übersetzungen. Und dann, wie gesagt, findet man die Aufträge oder man kriegt sie vorgeschlagen. Nämlich auf der Homepage von Fiverr befinden sich natürlich auch immer Vorschläge. Das heißt, wenn du zum Beispiel in den letzten Tagen schon mal nach Leuten gesucht hast, die vielleicht Icon Designs machen oder die ein Logo Design machen oder die eine Übersetzung machen oder was auch immer, dann wird dir Fiverr auch andere Leute vorschlagen, die genau dies tun. Und diese Leute kannst du dann natürlich wählen und heißt also, wenn man das mal ein bisschen umdreht, dass auch Leute uns wählen können, obwohl sie gar nicht auf unserem Profil drauf waren. Weil nämlich halt einfach unser Profil denen in der Homepage angezeigt wird. Das heißt, sei nicht zu verzweifelt, wenn du jetzt irgendwie denkst, ah, ich habe noch nicht genug Bewertungen oder andere haben viel zu viele Bewertungen, die Konkurrenz ist viel zu groß. Keine Sorge, das kriegen wir zusammen hin. Durch diese Suchfunktion beziehungsweise durch das Mixen von Suchergebnissen erlaubt es halt Fiverr auch Leuten, die ganz neu auf die Plattform kommen, Geld zu verdienen. Ich möchte dir halt zeigen, wie das geht und das werden wir uns, wie gesagt, in den kommenden Kapiteln anschauen. Um es kurz zu machen, nein, du kannst natürlich auf Fiverr noch extrem gutes Geld verdienen. Nein, im Sinne von, es ist noch nicht vorbei beziehungsweise es ist noch nicht zu spät, du bist praktisch, ja, an einem sehr guten Punkt. Du solltest auf jeden Fall auf Fiverr anfangen, Geld zu verdienen und wenn du halt dich ordentlich reinhängst und viele Aufträge abarbeitest, dann kann es irgendwann mal sein, dass du auch zu den Powerplayern auf der Plattform gehörst. Aber gut, das war es dann hier für dieses Tutorial. Ich danke dir, dass du es dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können. Eine Frage, die ich immer wieder bekomme, ist, welche Fiverr-Gigs lohnen sich denn eigentlich? Für welchen Fiverr-Gigs sollte ich mich entscheiden und vor allen Dingen, wenn ich nun ein Fiverr-Gig erstelle, wie teuer soll ich denn mich tatsächlich anbieten beziehungsweise meine Dienstleistung? Und kommen wir mal zuallererst zum ersten Teil von dieser Frage, nämlich, welche Fiverr-Gigs lohnen sich? Und hier muss man das Ganze qualitativ und quantitativ betrachten. Nämlich einmal qualitativ können wir natürlich bestimmte Gigs für einen sehr hohen Preis verkaufen, dann natürlich quantitativ müssen wir uns auch fragen, wie oft verkaufen wir diesen Gig. Beispielsweise gibt es hier auf Fiverr-Leute, die schon tausende, wenn nicht sogar zehntausende Gigs abgeschlossen haben. Das heißt, die extrem viele Aufträge bereits abgeschlossen haben, die zum Beispiel schon hunderte, wenn nicht sogar tausende Bewertungen haben, die aber zum Beispiel für jeden einzelnen Auftrag gerade bei 5 Dollar oder 10 Dollar bekommen haben. Und die Frage ist dann natürlich, lohnt sich das? Macht das Sinn? Und ich würde persönlich sagen, ja, wenn du bereit bist, viel zu arbeiten und natürlich auch mit jedem einzelnen Klienten mal zu schreiben, dann ist das eine gigantische Einnahmequelle. Wenn du dir aber zum Beispiel sagst, okay, ich möchte nicht so viele Klienten annehmen, möchte eher zum Beispiel wirklich gute Arbeit leisten bei ein paar Klienten und möchte vielleicht in einen Bereich rein, der viel Arbeit erfordert, dann natürlich sollte man hochpreisige Services anbieten und vielleicht eher qualitativ anstatt quantitativ verkaufen. Um das Ganze nochmal praktisch zu beleuchten, würde ich gerne mit euch Folgendes machen. Wir geben einfach mal hier oben ein, Logo Design. Dann werden wir schon sehen, dass es sehr viele Leute gibt, die hier auf der Plattform Logos designen. Wir werden noch sehen, sehen, dass einige Leute zum Beispiel über 1.000 Bewertungen schon haben. Das heißt, diese Person hat bereits mindestens 1.000 Logos erstellt und wenn man sich anschaut, dass der Starting Price bei 74 Euro liegt, dann müsste man natürlich denken, okay, diese Person hat höchstwahrscheinlich schon mindestens 74.000 Euro verdient, wenn nicht sogar noch weit, weit mehr und wir sehen, dass diese Person hier nochmal mehrere Gigs hat, wo praktisch sie Logos anbietet beziehungsweise Logo Mockups. Diese Person wird mindestens schon mal so um die, sage ich jetzt mal, oh, wir sehen sogar 2.500, also mindestens 150.000 Euro verdient haben, wenn nicht sogar weit, weit mehr. Ich gehe eher davon aus, dass diese Person eher schon so 300.000, 400.000 Euro hier auf der Plattform verdient hat. Wir können hier mal zurückgehen und wir können uns anschauen, welche weiteren Designers hier so gibt. Es gibt andere, zum Beispiel, die haben 900 Bewertungen, dann haben wir ein paar Pros, die zum Beispiel sehr viel Geld nehmen, aber dafür halt auch schon 63 Bewertungen haben und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt hier sehr viele Leute, die bereits über 1.000 Bewertungen haben, was natürlich sehr beeindruckend ist, aber, und das muss man sich wie gesagt hier einmal nochmal anschauen, die meisten Leute, die halt so viele Bewertungen haben, bieten halt auch einen Service an, der nicht extrem teuer ist. Zum Beispiel diese Person, das beeindruckt mich sehr, dass zum Beispiel diese Person wirklich nur für 74 Euro als absolutes Minimum anfängt, Logos zu erstellen. Wirklich beeindruckend und die Person hat entscheidend sehr viel Geld gemacht. Bei anderen hatten wir gerade gesehen, dass sie zum Beispiel Logos für einen sehr günstigen Preis erstellen oder zumindest für einen günstigeren Preis. Zum Beispiel 23 Euro, 37 Euro und so weiter und so fort. Kommen wir dann aber mal zu einer ganz anderen Nische, nämlich zum Beispiel E-Book-Writing. Geben wir mal einen E-Book, E-Book-Writer. Und was wir dann hier sehen werden, ist höchstwahrscheinlich keine Person, die über 1.000 Bewertungen bereits hat. Zum Beispiel diese Person hier hat 661, das ist schon immens viel. Diese Person hat zum Beispiel 661 E-Books geschrieben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann andere, haben hier vielleicht 8, 5, aber ich denke, wir werden keine Person finden, die tatsächlich über 1.000 Bewertungen hat. Man darf aber nicht vergessen, dass natürlich der Preis für so ein E-Book in den meisten Fällen sehr viel höher ist, als zum Beispiel der Preis für ein Logo. Heißt also, du könntest hier auch qualitativ vorgehen und sagen, okay, ich biete eher ein Produkt an, das ein bisschen teurer ist. Zum Beispiel hier sehen wir eine Person, die bietet ein E-Book an für 111 Dollar, was ich persönlich noch als sehr, sehr günstig erachte. Andere, wie gesagt, nehmen viel mehr, andere nehmen viel weniger und wenn du zum Beispiel davon natürlich 1.000 verkaufst, wäre das extrem viel Geld. Wenn du davon 5 von verkaufst, wäre das schon sehr, sehr viel Geld und selbst wenn du 100 verkaufst, wäre das sehr viel Geld. Wenn du zum Beispiel 100 Logos auf 5 Euro verkaufst, ist das höchstwahrscheinlich nicht besonders viel Geld, aber wie gesagt, das überlasse ich jetzt mal dir, das wie gesagt zu beurteilen. Das heißt, wir können einmal qualitativ und einmal qualitativ vorgehen. Wir können natürlich sagen, dass was am Ende rauskommt für uns am wichtigsten ist und wenn wir zum Beispiel darauf gucken, was am Ende rauskommt und was am wichtigsten ist, weil das am wichtigsten ist, dann sollten wir natürlich auch wir uns die Kategorien anschauen, in denen man so viel verdienen kann und ich würde mal einfach überlegen, was denn eigentlich Fiverr möchte. Fiverr möchte natürlich, dass möglichst viele Leute hier auf der Plattform tatsächlich die Produkte kaufen und wenn man sich so ein bisschen mal mit dem Aufbau von einer Plattform beschäftigt, dann wird man sehen, dass die meisten Leute eher in die linke obere Ecke gucken. Sie werden nicht nach rechts oben klicken, sondern eher, sie werden links oben gucken und dort irgendwo klicken. Das heißt, vor allen Dingen Fiverr ist natürlich daran interessiert, die profitabelste Nische irgendwo links zu zeigen. Zum Beispiel hier sehen wir natürlich Graphics und Design, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese definitiv die profitabelste Nische ist, wo wir also sehen, zum Beispiel Logodesign, Business Cards und Stationery, Illustration, Portraits und Caricatures, Car Raps und so weiter und so fort. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal eine Nische, die sehr, sehr profitabel scheint. Dann haben wir nochmal Digital Marketing, dann haben wir schon Writing and Translation, Video Animation und dann kommen wir zu so ein paar Punkten, die vielleicht nicht so profitabel sind, wie zum Beispiel Fun und Lifestyle. Da können wir zum Beispiel mal oben auf Online Lessons drauf gehen, dann sehen wir, okay, ich helfe dir mit Calculus oder so, da werden wir höchstwahrscheinlich keine Person haben, die tatsächlich über 1000 Bewertungen hat. Ich sehe, um ehrlich zu sein, nicht einer. Nicht die eine einzige Person hat über 1000 Bewertungen und ich denke, wie gesagt, das ist halt einfach eine Nische, die nicht so profitabel ist. Heißt, wenn ich nun du wäre, würde ich folgendes tun. Ich würde mir anschauen, welche Nischen in der Zeit so attraktiv sind. Ich würde persönlich sagen, die ersten drei beziehungsweise vier Nischen sind sehr attraktiv, nämlich Graphics und Design, Digital Marketing, Writing, Translation und Video and Animation, würde mir dann, wie gesagt, eine Nische aussuchen, die für mich sehr gut funktioniert. Also würde in dieser Nische noch mal eine Nische versuchen zu finden, zum Beispiel Logo Designs oder zum Beispiel Video Animations im Sinne von Intro Animationen oder zum Beispiel Digital Marketing im Sinne von Facebook Ads oder was auch immer. Das würde ich, wie gesagt, hier aufschreiben und das würde ich mir zumindest aussuchen und dann, wie gesagt, würde ich folgendes mir überlegen, möchte ich in den hochpreisigen Bereich rein oder möchte ich eher in den Niedrigpreisbereich rein? Ich würde dir folgendes vorschlagen, ich würde nicht in den extremen Niedrigpreisbereich reingehen. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein Gig bereits angelegt, dieser Gig war natürlich auch sehr, sehr günstig. Wir hatten angefangen mit 5 Dollar, dann mit, ich glaube, 10 Dollar und dann mit 15 Dollar. Das ist absoluter Niedrigpreisbereich, das war nur ein Beispiel. Wenn ich du wäre, würde ich aber eher meinen Gig ein bisschen teurer machen, würde zum Beispiel anfangen, wenn es jetzt darum geht, ein Logo zu designen bei vielleicht 30 Dollar oder so und dann, wie gesagt, ein bisschen höher gehen und auch vielleicht einen sehr hohen Preis fordern, weil du natürlich auch für deine Arbeit bezahlt werden möchtest und vor allen Dingen glauben die meisten auch, wenn man den Preis ein bisschen höher lässt, dass die Qualität auch vielleicht etwas höher ist, wie von den Leuten, die vielleicht ein Logo gerade mal für 5 Dollar oder für 10 Dollar oder ja praktisch so einen niedrigen Preis anbieten. Aber gut, das war es nun hier für dieses Tutorial. Vielen, vielen Dank, dass du dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können. Was macht man, wenn sich ein Gig einfach überhaupt nicht verkauft? Über diese Frage würde ich gerne mit dir in diesem Video hier sprechen. Ich hatte auch schon einige Male den Fall, dass die Gigs, die ich erstellte, sich einfach nicht verkauften. Und die Frage ist natürlich dann, was genau kann ich dagegen tun? Zuallererst schon mal, du kannst dagegen relativ wenig tun, wenn man sich nur, sag ich jetzt mal, den einzelnen Gig anschaut. Nämlich wenn zum Beispiel einfach keine Nachfrage zu diesem bestimmten Gig existiert beziehungsweise dein Angebot einfach nicht gut genug ist, dann wird auch keiner kaufen. Meist ist es aber nicht das Angebot, sondern eher, wie du dich selbst präsentierst. Es ist grundsätzlich meines Erachtens ratsam, zuallererst zu überlegen, okay, wie präsentiere ich mich und vor allen Dingen, wie kann ich meine eigentliche, meine eigene Präsentation vielleicht etwas verbessern. Zum Beispiel, wenn du bisher nur Fotos integriert hast in dein Gig, um dich selbst zu repräsentieren, dann würde ich vielleicht einfach mal sagen, okay, mach doch mal ein Video und mach ein kurzes Video dazu, was du genau den Leuten zeigen wirst, beziehungsweise was du den Leuten geben kannst in deinem Fiverr-Gig. Das heißt, zuallererst würde ich schon mal das eigentliche Branding verändern und ich würde natürlich auch noch mal den gesamten Gig überarbeiten, weil in den meisten Fällen wird es tatsächlich Nachfrage für deinen Gig geben, außer den Gig ist einfach viel zu nischig. Wenn du extrem nischig auf Fiverr bist, dann bist du praktisch in der Nische, in der Nische und wenn du eine zweifache Nische hast, dann ist das nicht besonders profitabel in den meisten Fällen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein fünfminütiges Face-Yoga-Video machen würdest, für Leute, die sich für Face-Yoga interessieren und eine tägliche Übung haben möchten, sowas zum Beispiel wäre sehr, sehr nischig. Ich weiß, viele von euch wissen nicht, was Face-Yoga ist, ihr könnt es euch ja mal nachschauen, aber zum Beispiel so eine kleine Nische zu nehmen, wäre wirklich nicht profitabel. Wenn du aber sagst, okay, ich mache zum Beispiel ein Intro für euch oder ich mache ein Logo für euch oder ich schreibe ein E-Buch oder was auch immer, das wäre zum Beispiel eine profitable Nische. Das ist schon mal eins, was ich euch sagen wollte. Dann zum anderen, ich glaube, das ist noch viel wichtiger, du solltest dir vor allen Dingen anschauen, wie deine Kunden auf den Gig reagieren. Wenn zum Beispiel dein Gig sich vor einige Tage oder vor einige Monate vielleicht sogar sehr gut verkauft hat und auf einmal hagelt es schlechte Bewertungen, da musst du dich selbst fragen, was genau kann ich verbessern, damit mein Gig wieder bessere Bewertungen bekommt. In meisten Fällen sind die meisten Leute sehr kulant und sehr nett und werden dir eine 5-Sterne-Bewertung geben, bloß, was ist, wenn nicht? Bist du wirklich nicht gut in dem, was du dort anbietest? Oder ist es so, dass du vielleicht einmal ein bisschen Pech gehabt hast und einige Leute hattest, die vielleicht nicht unbedingt mit dir zufrieden waren, obwohl du gute Arbeit leistest? Das heißt, sei wirklich ehrlich mit dir selbst und schau dir an, welche Leistung du tatsächlich denn so liefern kannst. Dann das Nächste und das ist auch nochmal wichtig, ich würde dir nochmal folgenden Tipp geben, nämlich, wenn du jetzt zum Beispiel einen einzigen Gig bereits nur erstellt hast, dann kann es gut sein, dass dieser Gig einfach nicht besonders interessant ist. Erstell doch einfach mal mehr als einen Gig. Wenn du mehrere Gigs zur selben Zeit anbietest und diese Gigs, wie gesagt, sind auch zumindest von hoher Qualität, sind relevant und so weiter und so fort, dann werden irgendwann Sales reinkommen. Sonst nochmal als Tipp, du solltest auf jeden Fall auch deine Gigs promoten, das kann man zum einen dadurch machen, dass man Ads schaltet, das kann man dadurch machen, dass man auf Quora zum Beispiel blockt, das ist eine Frage-und-Antwort-Plattform, man muss natürlich und das ist auch nochmal ein weiterer Faktor, schauen, dass man auch möglichst viele Backlinks bekommt, das heißt von anderen Seiten zur Fiverr-Seite, das kann auch nochmal sehr helfen, den eigenen Gig zu promoten und sonst würde ich halt vorschlagen, wenn ein Gig überhaupt nicht funktionieren sollte und egal was du tust, das klappt irgendwie nicht, dann löscht den Gig und mach einen komplett neuen Gig. Wenn du sagst, okay, ich habe aber keine anderen Fähigkeiten, dann erlerne andere Fähigkeiten oder lasse einfach diesen Gig aus beziehungsweise lass ihn weiter laufen, vielleicht kommt hier irgendwann mal eine Person, die sich für dein Angebot interessiert, aber wenn du einfach merkst, da kommt gar nichts rein, dann löscht den Gig einfach wieder und konzentriere dich eher auf einen neuen Gig. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video, vielen, vielen Dank, dass du dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. In diesem Tutorial soll es mal rund ums Thema Facebook-Werbeanzeigen gehen und natürlich ist dies kein Kurs, der nur darauf ausgerichtet ist, dir zu zeigen, wie du via Facebook-Werbeanzeigen deinen Fiverr-Gig verkaufen kannst, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Option, die du hast. Nämlich das Wichtige ist, dass wir differenzieren müssen zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Traffic. Wir haben einmal den organischen Traffic, der direkt über Fiverr reinkommt, den können wir zum Beispiel sehr gut jetzt gerade beobachten, wenn wir auf unsere Gigs gehen und uns anschauen, dass dort praktisch natürlich, sage ich jetzt mal zum Beispiel hier, 124 Impressionen entstanden sind oder 11 Klicks, 18 Views und so weiter und so fort, weil ich bisher noch keine Werbung für diese Gigs gemacht habe. Bloß wenn du dann Werbung für deine Gigs machst, dann wirst du auch sehen, okay, es kommen auf einmal viel mehr Impressionen rein, es kommen viel mehr Klicks rein, viel mehr Views und so weiter und so fort. Zuallererst aber die Frage, was genau ist denn überhaupt eine Facebook-Werbeanzeige? Weil wir können, wie gesagt, differenzieren zwischen einem dem organischen Traffic und dann zum anderen dem Paid Traffic, das heißt Traffic, für den wir was bezahlt haben. Traffic, für alle die Leute, die nicht wissen, was Traffic ist, es ist einfach nur Leute, die auf deine Webseite drauf gehen, das ist einfach Traffic und in diesem Falle ist deine Webseite natürlich die Landingpage von deinem Fiverr-Gig, also praktisch die Verkaufsseite. Für all die Leute, die nicht wissen, was eine Facebook-Werbeanzeige ist, ihr könnt, wenn ihr auf eure Startseite geht und mal so durch den Content durchgeht, werdet ihr ganz, ganz viele sogenannten gesponsorten Content finden. Wahrscheinlich jeder fünfte Post, denke ich mal, wird ungefähr gesponserte Content sein und das ist einfach Content, für den Leute Geld bezahlt haben, sodass er halt euch angezeigt wird. Und wir wollen das Ganze nun umdrehen. Wir wollen selbst diesen Content auf andere Leute Startseiten zeigen, beziehungsweise zum Beispiel halt auch auf andere Leute Instagram-Feeds und so weiter und so fort. Da gibt es einige Optionen, die da ganz sinnvoll sind und über die würde ich gerne mit dir hier in diesem Tutorial sprechen. Kommen wir mal zuallererst zu den grundlegenden Dingen zu Facebook-Werbeanzeigen. Wir müssen, wenn wir eine Facebook-Werbeanzeige erstellen wollen, hier oben auf Erstellen klicken und dann scrollen wir runter auf Anzeige. Dies setzt übrigens voraus, dass du bereits eine Facebook-Seite hast. Zum Beispiel in meinem Falle habe ich natürlich eine Facebook-Seite, über die ich dann meine Facebook-Werbeanzeige schalten werde. Wenn du bisher noch keine Facebook-Werbeanzeige hast, kannst du leider keine Facebook-Werbeanzeige über dein privates Profil erstellen. Heißt, wir klicken nun hier auf Anzeige und dann werden wir in den sogenannten Facebook-Werbeanzeigen-Manager weitergeleitet. Dort gibt es drei unterschiedliche Optionen, nämlich, wir sehen hier direkt, wir refreshen das einmal kurz, wir sehen hier, dass wir praktisch drei Optionen haben. Nämlich einmal Bekanntheits-Werbeanzeigen, Erwägung und Conversion. Was das bedeutet, erkläre ich gleich nochmal. Und wir sehen hier auf der linken Seite, dass es praktisch diese drei Kacheln gibt. Diese drei Kacheln sagen folgendes aus. Das ist einmal Ad-Level Nummer 1, Ad-Level Nummer 2 und Ad-Level Nummer 3. Auf Ad-Level Nummer 1 und übrigens all diese Level sind hier chronologisch dargestellt. Das heißt, wir gehen von hier zu hier zu hier. Das Ad-Level Nummer 1 ist einfach die Kampagne beziehungsweise das Ziel der Kampagne. Wir überlegen uns, was genau möchten wir denn eigentlich mit unserer Facebook-Ad erreichen. Das heißt, wollen wir nun zum Beispiel Markenbekanntheit schaffen oder wollen wir App-Installationen generieren oder Conversions oder Store-Traffic und so weiter und so fort. Das heißt, wollen wir eine von diesen Sachen und dann, sobald wir uns dieses Ziel ausgesucht haben, erstellen wir die eigentliche Werbeanzeige. Nicht den äußeren, sag ich jetzt mal, den Phänotyp von der Werbeanzeige, sondern es geht hier wirklich nur darum, zu definieren, wem wir denn eigentlich mit dieser Werbeanzeige erreichen wollen. Das heißt, hier definieren wir unsere Zielgruppe und sobald wir das getan haben, dann kümmern wir uns ums Äußere von der Werbeanzeige. Das heißt, welchen Content verwenden wir. Ist das ein Foto? Ist das ein Video? Ist das eine sogenannte Collection-Ad? Ist das eine sogenannte Karussell-Ad? Also Ad soll heißen Werbeanzeige und da können wir uns also nun hier auf Ad-Level Nummer 3 entscheiden, wie denn eigentlich diese Werbeanzeige aussehen soll. Zu den ganzen Dingen kommen wir gleich noch. Bevor wir aber damit starten, kann ich dir schon mal folgenden Tipp geben. In unserem Falle bieten sich eigentlich nur zwei beziehungsweise naja, vielleicht drei oder vier Werbeanzeigen an. Nämlich zum einen natürlich eine Traffic-Werbeanzeige, wo wir Leute direkt von Facebook auf unsere Verkaufsseite bringen. Das heißt praktisch auf unseren Fiverr-Gig. Das wie gesagt ist die eine Option, die ginge. Das ist diese hier oben, Traffic. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Interaktion zu generieren. Das heißt, hier geht es wirklich darum, möglichst viele Kommentare, Likes, Shares und so weiter sofort direkt auf Facebook zu generieren. Muss man sich natürlich fragen, ist das so sinnvoll? Es ist in den meisten Fällen eine günstigere Werbeanzeige als eine Traffic-Werbeanzeige. Bloß eine Traffic-Werbeanzeige zielt halt wirklich darauf ab, die Leute von der Webseite, also von Facebook wegzulenken und auf deine eigene Webseite zu lenken oder in unserem Falle auf die Verkaufsseite von unserem Fiverr-Gig. Eine Interaktion-Werbeanzeige ist eher da, um Content, der bereits auf Facebook ist, um den halt wie gesagt zu promoten. Du kannst natürlich auch ein kleines Video erstellen, wo du zum Beispiel einfach dein Fiverr-Video nimmst, das du halt wie gesagt auf Fiverr in deinem Gig hochgeladen hast und dieses Video zum Beispiel könntest du ja nehmen, hochladen hier auf Facebook und versuchen so viele Videoaufrufe wie nur irgendwie möglich zu generieren. Indem du halt zum Beispiel ein Video nimmst und sagst in diesem Video, ich biete Übersetzungen an und so weiter und so fort, hier ist ein Link, schaut mal auf Fiverr bei und so weiter und so fort. Damit könntest du natürlich Traffic auch für dein Gig generieren, auch wenn ich persönlich jetzt diese Art von Werbeanzeige vielleicht nicht besonders sinnvoll halte. Warum? Dazu kommen wir später noch. Sonst natürlich kannst du auch darauf ausseihen, erstmal Leads zu generieren, das heißt E-Mail-Adressen zu generieren und dann mit diesen E-Mail-Adressen Leute auf deinen Fiverr-Gig aufmerksam machen. Das wie gesagt ist auch eine Strategie oder du generierst oder erstellst sogenannte Nachrichtenwerbeanzeigen, was einfach nur bedeutet, dass Leute dir direkt über zum Beispiel Facebook eine Nachricht schicken können und dann auf diese Nachricht kannst du dir antworten und sagen, okay, ich biete tatsächlich zum Beispiel Übersetzungen an oder ich biete Proofreading an oder was auch immer. Das heißt, du kannst zum Beispiel eine Werbeanzeige erstellen, wo Leute dir eine Nachricht schreiben können, wenn sie daran Interesse haben, von dir etwas zu kaufen. Natürlich musst du vorher definieren, was das ist. Zum Beispiel jetzt in deinem Falle wäre das eine Übersetzung oder es könnte ein Logo sein oder was auch immer und dann antwortest du halt auf diese ganzen Nachrichten und das ist halt ein guter Weg, wie du praktisch Reichweite aufbauen kannst beziehungsweise zu Kunden schon mal Kontakt schaffen kannst. Wichtig ist vor allen Dingen natürlich aber auch, dass du Leute targetierst, die tatsächlich interessant für dich sind. Zum Beispiel nehmen wir mal an, du targetierst große Leute, die schon bereits eine Firma haben, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass sie vielleicht kein Logo brauchen. Wenn du jetzt aber kleine Startups oder so targetierst, dann könnte das vielleicht ganz interessant sein. Oder wenn du jetzt zum Beispiel Leute targetierst, die Buchautoren sind. Das wäre natürlich auch wieder interessant, dass man halt da zum Beispiel in den Bereich Übersetzung reingeht und sagt, okay, ich targetiere Buchautoren und ich könnte hier anbieten, Bücher zu übersetzen. Das sind alles Optionen, die du jetzt gerade vor dir hast. Aber gut, kommen wir mal zu der Werbeanzeige, die ich persönlich vorziehen würde, auch wenn sie ein bisschen teurer ist und das ist die sogenannte Traffic-Werbeanzeige. Bei der Traffic-Werbeanzeige ist folgendes wichtig, nämlich wenn du jetzt auf eine Seite links von der Traffic-Werbeanzeige, muss das natürlich die Verkaufsseite von deinem Fiverr-Geek sein. Es kann nicht einfach nur Fiverr sein, es muss deine Fiverr-Verkaufsseite sein. Jetzt scrollen wir mal hier runter und nennen das Ganze Traffic Nummer 1 und klicken dann auf Weiter und können dann hier unsere Werbeanzeige erstellen. Hier geht es wirklich also nun darum, du siehst, wir sind gerade von Ad-Level Nummer 1 auf Ad-Level Nummer 2 übergegangen, hier geht es nun wirklich darum, die eigentliche Zielgruppe zu definieren. Das heißt, wir überlegen uns, wen genau möchten wir eigentlich targetieren? Gerade in unserem Falle wäre es natürlich gerade interessant, Leute aus den USA oder so zu targetieren, weil wir Deutsch-Englisch-Übersetzungen anbieten, vielleicht auch Leute in Deutschland. Das heißt, dass man hier versucht, das Ganze wie so ein zweischneidiges Schwer zu machen. Auf der einen Seite haben wir halt Deutsche, die ins Englisch übersetzen wollen, auf der anderen Seite haben wir Leute, die Englisch sprechen und uns gerne ins Deutsch übersetzt haben möchten und so weiter und so fort. Das, wie gesagt, wäre eine Option. Wir müssten uns da zum Beispiel mal angucken, in welchen Ländern der Welt spricht man eigentlich Englisch? Diese würde ich dann targetieren und in welchen Ländern der Welt spricht man Deutsch? Beziehungsweise in welchen Ländern der Welt gibt es so viele Deutsche, dass es Sinn machen würde, diese Communities in diesen Ländern zu targetieren, um halt auch an diese Leute noch Dinge zu verkaufen, wie zum Beispiel ein Übersetzungsgig. Aber gut, hier auf der rechten Seite sehen wir die eigentliche Zielgruppengröße. Das heißt, wie viele Leute wir eigentlich derzeit targetieren mit unserer Facebook-Werbeanzeige. Hier wird schon gesagt, ihre Zielgruppe ist ein bisschen groß, nämlich 37 Millionen Leute. Wir werden es runterbrechen auf ungefähr zwischen 2 bis 5 Millionen. Man kann es auch ein bisschen kleiner machen, man kann es auch ein bisschen größer lassen. Kommt wie gesagt auf deinen Geschmack drauf an. Wenn du aber merkst, okay, ich habe eine wirklich definierte Zielgruppe, ich weiß, wen ich da targetiere und Facebook zeigt dir an, die Zielgruppe ist noch ein bisschen groß, dann ist das in den meisten Fällen kein Problem. Du solltest einfach nur darauf achten, dass du so ungefähr auf Facebook hörst, was das Ganze angeht. Darunter haben wir nochmal die geschätzten Tagesergebnisse, nämlich Reichweite 11.000 bis 35.000, was schon mal super ist. Linkklicks 140 bis 870, was auch schon mal super ist. Und wir wollen natürlich, dass dieser blaue Balken hier möglichst weit auf der rechten Seite ist, weil das zeigt an, dass die Werbeanzeige sehr, sehr definiert ist. Bloß man sollte den Balken auch nicht zu weit rüber nach rechts bringen, weil du dann halt wirklich extrem definierte Zielgruppen hast, was in den meisten Fällen tatsächlich aber nicht gut ist. Das wird dir aber, denke ich mal, auch deine Erfahrung dann irgendwann zeigen. Nämlich, wenn du erstmal einige Facebook-Werbeanzeigen gestellt hast, wirst du irgendwann merken, wenn der blaue Balken auf der ganz rechten Seite ist, dann hast du eine mega kleine Zielgruppe von vielleicht ein paar 10.000, paar 100.000 Leuten. Und die Zielgruppe ist so genau, dass es einfach sein kann, dass sie zu genau ist. Aber was das genau bedeutet, darüber können wir gerne nochmal in einem anderen Video sprechen. Oder wenn Leute Fragen haben, könnt ihr die gerne in der Udemy-Frage-und-Antwort-Sektion stellen. Aber gut, kommen wir dann mal zur eigentlichen Werbeanzeige. Nämlich, wir scrollen jetzt hier ein bisschen runter und wir wollen zuallererst mal die Zielgruppe definieren. Wir können hier zuallererst unten den Ort eingeben und können zum Beispiel sagen, okay, wir wollen Leute in Deutschland targetieren. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir sagen, wir targetieren Leute in den Vereinigten Staaten. Das heißt, ich gebe jetzt hier ein United States, Vereinigte Staaten und ich könnte zum Beispiel eingeben England oder sagen wir mal lieber Großbritannien, weil ich dann natürlich auch die ganzen anderen Staaten innerhalb von Großbritannien targetieren würde. Mal sehen, ob es das anzeigt. Großbritannien. Großbritannien. Nimmt er das an? Wahrscheinlich nicht. Dann lassen wir es einfach mal kurz bei England oder Vereinigtes Königreich würde er wahrscheinlich wollen. Vereinigtes Königreich. Da haben wir es. Okay, super. Dann können wir vielleicht noch Irland targetieren, weil es auch nochmal ein englischsprachiges Land ist. Und jetzt scrollen wir ein bisschen raus hier und wir sehen, dass wir jetzt wirklich nur englischsprachige Länder targetiert haben. Man könnte zum Beispiel Kanada noch targetieren und welches Land spricht noch Englisch. Ich hoffe, ich habe jetzt hier ganz ausgelassen sicherlich noch einige afrikanische Länder sprechen viel Englisch oder da ist eine der Amtssprachen Englisch. Aber ich denke, wir können es jetzt erstmal dabei belassen. Wir sehen nun, wir haben das United Kingdom targetiert und Irland und wir haben halt, wenn wir ein bisschen rauszoomen, haben wir auch nochmal die Vereinigten Staaten und Kanada targetiert. Natürlich inkludiert das Ganze auch Alaska und Hawaii. So, das haben wir jetzt also schon mal targetiert. Wir können dann übrigens nochmal den Traffic ein bisschen günstiger machen, indem wir die großen Städte ausschließen und eher Leute in ländlichen Regionen targetieren. Müssen wir schauen, was besser konvertiert, ob das nun ländliche Regionen sind oder Städteregionen, bloß der Traffic an sich ist günstiger in ländlichen Regionen. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf diesen kleinen Pfeil und klicke dann auf Städte ausschließen. Alle großen Städte, das heißt, man targetiert wirklich nur kleine Städte und dasselbe können wir halt hier nochmal machen, auch mit Irland, dass wir halt die ganzen großen Städte hier ausschließen und wirklich nur uns auf die ländlichen Regionen fokussieren. Da sehen wir, okay, das ist ein bisschen zu spezifisch. Dann machen wir das mal, dann nehmen wir ein paar Dinge hier mal vielleicht raus. Genau, das ist zumindest in ein paar Orten, ja, das ist alles ein bisschen klein. Da seht ihr auch übrigens, dabei sind wir gerade ganz auf der rechten Seite. Wir können jetzt zum Beispiel bei einem Land das so machen, aber obwohl, vielleicht lassen wir es einfach komplett raus. Müsst ihr wie gesagt schauen, was vielleicht am sinnvollsten ist. Hier sehen wir die täglichen Tagesergebnisse sind zwischen 14.000 bis 62.000, Linklicks 270 bis 1700, aber ihr werdet gleich sehen, dass das ein bisschen kleiner wird, weil wir natürlich jetzt nochmal targetieren wollen, wem wir denn eigentlich erreichen wollen. Wir können zum Beispiel sagen, okay, wir wollen Leute zwischen sagen wir mal 25 bis 45, ich denke, das ist ein ganz gutes Alter für eine Zielgruppe, vielleicht sogar ein bisschen älter würde ich es machen, 30 bis 45. Ich denke mal, Frauen wie Männer sind gleich interessiert an dem Thema Übersetzung oder beziehungsweise daran eine Übersetzung in Auftrag zu geben. Jetzt geben wir hier die Sprachen ein, natürlich Englisch geben wir ein, Englisch alle und dann hier unten geben wir die Interessen ein und jetzt wird es wirklich spannend. Mal sehen, hier hat er jetzt die Zielgruppe sehr, sehr klein gemacht, ist zu spezifisch, das ist natürlich sehr interessant. Vielleicht sollten wir doch einige Länder hier rausnehmen, die mir die Zielgruppe zumindest ein bisschen größer macht. Okay, das ist schon mal ganz gut und jetzt scrollen wir runter und definieren eigentlich, wen wir targetieren wollen. Wir haben bisher nur die Geschlechter targetiert und das Alte targetiert und halt die Sprache in bestimmten Ländern, also Leute in bestimmten Ländern und jetzt geht es nochmal darum, Interessen oder Verhaltensweisen oder halt eine Demografie zu definieren. Und die Frage ist jetzt natürlich, was genau oder wen genau können wir denn eigentlich targetieren? Sind das Autoren? Sind das vielleicht Leute, die im Bereich Radio arbeiten? Sind das möglicherweise Leute, die Interesse haben an Unternehmensgründungen? Haben die Interesse an Startups? Sind die vielleicht Hörbuchhörer? Sind das Leute, die gerne Bücher lesen? Und so weiter und so fort. Das ist jetzt richtig schwer, sowas zu targetieren. Und genau da würde ich dir folgenden Tipp geben. Split teste das Ganze wieder. Das heißt, schau dir an, welches Interesse konvertiert wie gut und wenn du eins gefunden hast, das dir einen Profit einbringt, super, dann folge dem Ganzen. Ich würde jetzt einfach mal das Ganze sehr beispielhaft machen und würde sagen, okay, wir geben jetzt einfach mal einen Autor und das wie gesagt ist ja eine eine Profession. Das heißt, wir klicken jetzt hier auf Autor, wir targetieren nun Autoren. Das macht die Zielgruppe schon mal einiges kleiner, nämlich auf 7,7 Millionen in diesen Ländern. Und wir können jetzt natürlich nochmal einige Infos hinzufügen, wie zum Beispiel, naja, Verhaltensweisen werden vielleicht hier auch ganz interessant. Man könnte sowas nehmen wie Hörbücher vielleicht oder man könnte sowas wie Übersetzung nehmen. Übersetzung. Übersetzung Linguistik, Übersetzung Technik. Wir nehmen mal die größere Gruppe, nämlich Übersetzung Linguistik und mal schauen, jetzt sind wir bei 8,6 Millionen. Die Zielgruppe ist ziemlich groß. Ich würde sie gerne noch ein bisschen kleiner machen. Wir können ja mal schauen, ob wir noch einen weiteren Begriff hier unterbringen können. Vielleicht können wir noch sowas unterbringen, wie Startup. Weil oft ist es auch so, dass natürlich Startups nach genau solchen Leuten suchen. Die Zielgruppe ist immer noch ein bisschen groß. Da können wir zum Beispiel sagen, okay, wir können Personen ausschließen oder Zielgruppen eingrenzen. Da können wir zum Beispiel hier eingeben Startup. Das heißt, die Leute müssen auch eines der folgenden Merkmale haben. Und jetzt sehen wir schon, okay, die Zielgruppe haben wir runtergebracht auf 3 Millionen. Und das, denke ich mal, ist eine ziemlich gute Zielgruppe. Nämlich, ich sage immer, irgendwas zwischen 2 bis 5 Millionen ist eine ganz gute Zielgruppe. Jetzt haben wir halt hier geschätzt Tagesergebnisse in Form von Reichweite von 6.000 bis 19.000. und Linkklicks 64 bis 260. Das, wie gesagt, ist schon mal eine gute Sache. Jetzt geht es wirklich nochmal um die Platzierung. Das heißt, wo wird denn eigentlich unsere Werbeanzeige angezeigt? Da können wir differenzieren zwischen den automatischen Platzierungen, die von Facebook durchgeführt werden, wo Facebook einfach sagt, okay, wir platzieren sie da, wo sie am effektivsten sind. Auch obwohl man hier sagen muss, dass Facebook manchmal nicht so 100% so super effektiv ist. Oder wie gesagt, du nimmst das Ganze in deine eigene Hand und sagst, ich will die Platzierung bearbeiten und möchte zum Beispiel meine Ads nicht auf Facebook haben, sondern nur auf Instagram und ich möchte sie nicht auf Instagram und nur auf Facebook haben. Ich möchte sie vielleicht nicht im Audience Network haben. Ich möchte sie vielleicht nicht im Messenger haben und so weiter und so fort. Das kann man alles hier definieren und kann zum Beispiel auch einzelne Bereiche hier rausnehmen. Du musst, wie gesagt, schauen, ob das für dich passt oder ob das für dich Sinn macht. Ich persönlich mag ganz gerne die automatische Platzierung. Das ist aber wirklich nur eine persönliche Meinung, die ich hier habe. Dann Budget und Zeitplan. Hier können wir das Ganze optimieren. Das heißt, hier können wir sagen, okay, wir optimieren unsere Werbeanzeige hinsichtlich etwas. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, wir optimieren das hinsichtlich Linkklicks, hinsichtlich Landingpage-Aufrufe, hinsichtlich Impressionen oder täglich erreichte Einzelpersonen. In unserem Falle ist vor allen Dingen wichtig, Landingpage-Aufrufe oder Linkklicks. Kommt praktisch aufs selbe hinaus, aber es geht vor allen Dingen uns darum, erstmal Traffic für unseren Gig zu generieren. Das heißt, ich würde es jetzt mal bei Linkklicks lassen und wir wollen das Ganze hinoptimieren, sagen wir mal, zu 5 Cent, 5 Cent pro Klick. Das heißt, 5 Cent pro Klick, mal sehen, müssen wir vielleicht mit Komma eingeben, genau, da haben wir es, 5 Cent pro Klick, das ist unser Ziel. Wir haben ein Tagesbudget von 20 Euro, das heißt, wir würden jetzt in diesem Falle, naja, mal 20, würden wir vielleicht 400 Klicks, wäre unser Ziel, dass wir es am Tag rauskriegen. Hier wird schon mal gesagt, dass wir ungefähr nur 64 bis 260 rauskriegen, das heißt, bei 400 werden wir höchstwahrscheinlich nicht landen, wäre natürlich aber super, wenn wir das irgendwie hinkriegen könnten, wir probieren es einfach mal aus und Facebook wird dann halt probieren, maximal Durchschnittskosten von 5 Cent pro Klick zu generieren, das ist aber wie gesagt auch nur ein Optimum. Dann haben wir hier nochmal weitere Steuerelemente, wir können jetzt hier nochmal differenzieren zwischen Kostenlimit und Maximalgebot, nämlich einmal hier, am besten, um das höchste Volumen zu erhalten und dann am besten zur Kontrolle von Gebot in der Auktion, das heißt, wenn wir wirklich nur darauf aus sind, die 5 Cent zu generieren, dann nehmen wir das hier, wenn es jetzt darum geht, das höchste Volumen zu generieren, würde ich jetzt hier drauf klicken. Gut, dann klicken wir auf Weiter, ich würde das Tagesbudget natürlich auch, wir können es auch gerne ein bisschen senken, dass wir am Anfang erstmal anfangen, vielleicht mit 5 Dollar und dann lassen wir das Ganze durchgehend laufen, klicken wir auf Weiter und jetzt können wir die Identität von unserer Werbeanzeige festlegen. Du siehst jetzt hier, wir sind auf dem dritten Level unserer Werbeanzeige angekommen, das heißt, hier geht es nur nochmal darum zu definieren, okay, wie genau soll da eigentlich diese Werbeanzeige aussehen? Soll das ein Video sein? Soll das ein Foto sein? Soll das eine Collection sein? Ein Karussell? Und so weiter und so fort. Und was ich jetzt hier tun würde, zuallererst, ist, ich würde meine Facebook-Seite ganz genau festlegen. Das heißt, ich würde zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, weil ich habe sehr viele Facebook-Seiten, nehmen wir mal eine von meinen Beispiel-Seiten, Musterunternehmen. Das ist jetzt hier ein Musterunternehmen, das eine Facebook-Werbeanzeige erstellt. In meinem Fall wäre es vielleicht sogar noch sinnvoller, weil ich natürlich auch praktisch mich selbst brande mit meinem Fiverr-Gick, dass ich halt einfach meine eigene Facebook-Seite nehme. Das ist tatsächlich sogar sinnvoller, würde ich eher sagen. Gut, und dann scrollen wir hier runter und können uns aussuchen, welche Art von Werbeanzeige wir erstellen wollen. Soll das, oder welches Format diese haben soll? Soll das eine Karussell-Werbeanzeige sein, wo man mehrere Fotos hier nebeneinander hat und man kann dann praktisch zwischen diesen Fotos wählen? Soll es ein einzelnes Bild oder ein Video sein? Oder soll es eine Sammlung sein? Und zum Beispiel, jetzt in unserem Falle können wir zum Beispiel sagen, okay, wir klicken auf einzelnes Bild oder Video und dann können wir hier unten Bilder hochladen, beziehungsweise auch, wenn wir möchten, ein Video hochladen. Wenn du das Video hochladen möchtest, würde ich dir natürlich hier empfehlen, zum Beispiel das Video aus deinem Fiverr-Gick hochzuladen. Das, denke ich mal, wäre keine schlechte Option, wäre sogar eine sehr, sehr gute Option. Oder du machst folgendes, du lädst zum Beispiel einfach dieses Foto hoch. Und das könnten wir zum Beispiel auch machen. Klicken wir hier auf Bild hochladen, gehen wir dann, wie gesagt, auf Downloads drauf. Hier hatten wir ja das Foto hochgeladen. Nehmen wir das jetzt hier, klicken wir auf Öffnen und du siehst, dieses Foto wird nun gleich hier hochgeladen. Und wir sehen, da ist ein bisschen Text natürlich drauf. Facebook sagt dir, okay, das scheint ganz gut zu sein. Und jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen Informationen an, sowas von wie, Are you looking for professional German-English, German-English, German-English translations, then check out our offer down below. So, jetzt haben wir also eine Facebook-Werbeanzeige erstellt. Wir sehen, dass hier auf der rechten Seite nun steht, Are you looking for professional German-English translations, then check out our offer down below. Und dann haben wir hier das Foto. Dann geben wir hier nochmal eine Webseite URL ein. Und das muss natürlich jetzt dein Gig sein. Das heißt, wir nehmen nun hier oben die URL von diesem Gig und kopieren das mit STRG-C. Und dann gehen wir zurück in unseren Facebook-Werbeanzeigen-Manager und kopieren das rein mit STRG-V. Das heißt STRG-C, STRG-V und jetzt wird praktisch dieser Gig hier verlinkt und wir wollen nun natürlich nochmal den Titel ändern, weil der Titel sieht jetzt hier ein bisschen unschön aus. Sowas wie zum Beispiel, wir können jetzt hier reinschreiben Professional German-English-Translation und mal sehen, wie das dann aussieht. Ich denke, das sieht super aus. Lassen wir das so und dann haben wir nochmal einen Call-to-Action-Button. Da können wir jetzt unterschiedliche Buttons auswählen. Zum Beispiel der Button Jetzt einkaufen konvertiert tatsächlich ziemlich gut. Deswegen mag ich den persönlich sehr gerne. Mehr dazu ist auch gar nicht mal schlecht. Oder sowas wie Jetzt buchen, Jetzt anhören. Natürlich auch kein Button ginge auch, aber das wäre in unserem Fall etwas sinnfrei. Deswegen nehme ich jetzt mal Jetzt einkaufen. Das wäre zum Beispiel ein ganz guter Button. Da steht jetzt hier Jetzt einkaufen. Und wenn jetzt Leute auf diesen Button klicken, werden sie direkt zu unserem Gig auf Fiverr weitergeleitet. Das ist der gesamte Prozess. Und jetzt hier unten können wir nochmal Beschreibung einfügen für ein Newsfeed und so. Das brauchen wir eigentlich nicht. Du kannst die Ad auch gerne so lassen. Und sobald wir jetzt damit fertig sind, klicken wir einfach nur noch hier unten auf Bestätigen und sind dann praktisch schon damit fertig. Wir können das hier mal machen. Klicken wir nur noch Bestätigen. Und jetzt sollte, wenn wir alles richtig gemacht haben, die Werbeanzeige durchgelassen werden. Perfekt. Wird sie auch. Das heißt, Facebook wird jetzt nochmal einige Sekunden brauchen oder einige Minuten auch manchmal, um halt diese Facebook-Werbeanzeige zu checken. Das heißt, Facebook wird dann sagen, okay, diese Werbeanzeige wurde nun platziert. Sie ist online und sie wird ausgetragen. Wir sehen nun hier, dass sie derzeit überprüft wird. Das ist halt der Status von dieser Werbeanzeige. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen diese Werbeanzeige nicht mehr online haben, wir wollen die löschen, dann können wir folgendes tun. Wir können den Button hier auf die linke Seite bewegen und dann sieht man schon, das Ganze wird nicht mehr veröffentlicht. Sie ist nun inaktiv. Und wenn wir das Ganze löschen wollen, können wir das Ganze auch jederzeit tun, indem wir hier auf Löschen klicken und dadurch wird dann unsere Werbeanzeige gelöscht. Und das können wir einfach mal machen. Klicken wir hier auf Löschen. Bist du dir sicher, dass du diese Kampagne entfernen möchtest? Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Vollkommen okay. Klicken wir auf Löschen. Heißt, wir haben das jetzt schon mal geschafft. Das war schon mal ein wirklich wichtiger Schritt, auf unserem Weg eine ordentliche Facebook-Werbeanzeige zu erstellen. Du kannst natürlich, wenn du Facebook-Werbeanzeigen hast, diese auch gegeneinander split testen. Das heißt, dass du schaust, welche Werbeanzeige ist profitabler, indem du bestimmte Faktoren austauschst, zum Beispiel sagst, okay, ich möchte ein anderes Foto targetieren oder ich möchte ein anderes Foto in meine Werbeanzeige einfügen, um damit Leute zu targetieren oder zum Beispiel, ich füge ein Video ein, um Leute damit zu targetieren und so weiter und so fort. Bevor wir aber dieses Video hier enden, würde ich dir gerne nochmal einen kurzen Tipp geben. Nämlich, es gibt ein Tool, das ich persönlich sehr hilfreich finde und das befindet sich hier oben im Creative Hub. Da klickst du einfach mal drauf und wenn du auf diesen Creative Hub draufklickst, findest du hier oben folgendes. Nämlich, ein Tool, das nennt sich Überprüfung des Bildtexts. Was genau ist das? Es ist ein Tool, wo du ganz genau nachschauen kannst, ob zum Beispiel dieses Bild zu viel Text hat oder, ja, zu wenig. Das heißt, du kannst hier, also zu wenig gibt es nicht unbedingt, nämlich kein Text ist eigentlich gut in den meisten Fällen. Wenn du aber zu viel Text hast, dann findest du Facebook nicht so toll. Wir probieren das Ganze einfach mal aus und wir schauen, ob zum Beispiel mein Gigfoto, dieses Foto hier, zu viel Text hat für eine Facebook-Werbeanzeige. Weil, wenn dem so ist, dann müsste ich einige Dinge vielleicht am Foto ändern, damit meine Facebook-Werbeanzeige mehr Leute erreicht und vielleicht auch besser konvertiert. Probieren wir es ganz mal aus. Klicken wir also nun hier auf Hochladen und dann nehmen wir uns dieses Foto, das wir gerade erstellten, klicken auf Öffnen und du siehst nun, dieses Foto wird hier hochgeladen, das wird ein paar Sekunden dauern und nachdem dieses Foto hochgeladen wurde, wird dir Facebook sagen, okay, dieses Foto hat zu wenig Text oder zu, oder sagen wir mal, hat zu viel Text oder es ist okay, so wie es ist und zum Beispiel jetzt in meinem Falle sehen wir, okay, das Bild ist super, da ist genug Text drauf im Sinne von, da ist nicht zu viel Text drauf. Zum Beispiel, wenn jetzt da stehen würde, Bildtext niedrig oder Bildtext mittel oder Bildtext hoch, dann müsste ich was ändern, aber Facebook findet das vollkommen okay. Das ist jetzt hier eine künstliche Intelligenz, die das Ganze für mich checkt und ich weiß jetzt, diese Werbeanzeige wird optimal die Leute targetieren, weil halt einfach nicht zu viel Text drauf ist. Das ist meine Empfehlung, schaut euch dieses Tool nochmal an, wird für euch, denke ich mal, einen großen Unterschied machen und jetzt haben wir schon unsere erste Werbeanzeige gestellt. Wir werden gleich nochmal über ein paar andere Dinge sprechen. Ich werde dir ein paar Strategien geben, wie du noch auf Facebook, direkt in deinem Facebook-Werbeanzeigen-Manager Facebook-Werbeanzeigen stellen kannst, die dazu führen werden, dass sich hoffentlich dein Gig verkaufen wird. Das schauen wir uns, wie gesagt, gleich nochmal an. Ich danke dir aber jetzt schon mal, dass du dir dieses Video angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können. Wir haben nun bereits gezeigt, dass wir über Facebook Leads generieren können. Wir haben eine Lead-Werbeanzeige erstellt und die Frage ist jetzt natürlich, was genau machen wir mit dieser Lead-Werbeanzeige beziehungsweise mit den Leads, die wir generiert haben. Die Lead-Werbeanzeige wird uns weiter Leads einbringen, wird hoffentlich sehr viele Leads einbringen, auch so viele Leads, wie wir uns das Ganze erhofft haben und vor allen Dingen werden die Leads, und das ist natürlich immer die große Sorge, die große Hoffnung, auch möglichst günstig sein, heißt vielleicht 50 Cent, 30 Cent pro Lead, das wäre super. Wenn es jetzt teurer ist, ist das auch kein Problem, solange du natürlich mit dem Lead etwas anfangen kannst. Weil nicht vergessen, wenn wir ein Lead haben und die Person zugestimmt hat, in unserem Newsletter zu sein, das heißt, wir haben hier zum Beispiel ein Double-Opt-In-Verfahren, wenn die Person da zugestimmt hat und wir targetieren die Person wieder und wieder und wieder und wieder, ist das natürlich eine gigantische Einnahmekölle für uns. Zum anderen, im Englischen würde man das Ganze bezeichnen als ein Asset, es ist eine Ressource, die uns jederzeit zur Verfügung steht. Heißt also, wir können auf diese Ressource zugreifen und das ist halt ein großer Vorteil, den ich hier drin sehe. Was wir jetzt aber machen wollen, ist das folgende, nämlich, wenn wir diese ganzen E-Mail-Adressen haben, dann können wir uns sie zum Beispiel als ein sogenanntes CSV herunterladen, eine CSV-Datei und diese CSV können wir dann in eine Software wie zum Beispiel Mailchimp einfügen. Zum Beispiel, ich benutze Mailchimp, ich habe jetzt keine besonders große E-Mail-Adresse, die ich über Facebook generiert habe, ich habe praktisch gerade mal, ich glaube, sowas um die 1000 Leads bisher auf Facebook generiert, vielleicht ein bisschen mehr und ich kann halt Mailchimp bis 2000 Kontakte kostenfrei benutzen und das würde ich dir auch empfehlen. Bei mir ist es halt so, dass ich Mailchimp verwende, um meine E-Mail-Liste richtig benutzen zu können, das heißt, mein Newsletter tatsächlich rauszuschicken und ich würde dir gerne hier in diesem Video zeigen, wie du das Ganze machen kannst und zur selben Zeit deinen Fiverr-Gig promoten kannst, weil schlussendlich ist ja die Idee hinter diesem Newsletter, dass wir unsere Services promoten. Kommen wir mal zuallererst zur grundlegenden Struktur von Mailchimp. Was genau haben wir vorliegen? Wir haben hier oben einmal in der linken oberen Ecke Campaigns, Kampagnen, Templates, ich denke, das würde man auch auf Deutsch Templates bezeichnen und dann Lists, also Listen und was wir zuallererst machen wollen, ist, wir wollen eine Liste erstellen. Wir klicken mal hier auf Lists und dann klicken wir drüben auf Create List. Du siehst hier, ich mache oft viele irgendwelche Beispiellisten und was wir also machen wollen, ist, wir klicken hier drüben auf Create List und was wir dann machen wollen, ist, wir wollen hier nochmal auf Create List klicken. Was wir also nun tun, ist, wir erstellen eine Liste, in die wir unsere E-Mail-Kontakte integrieren können. Wir nennen diese jetzt einfach mal, wie können wir sie am besten nennen, vielleicht Fiverr Newsletter, Newsletter Liste. Dann klicken wir darunter auf Default from E-Mail-Adress, das könnte zum Beispiel meine Business-E-Mail-Adresse sein, sagen wir mal, das ist hier meine Adresse, dann haben wir nochmal hier einen Namen, da könnte man zum Beispiel sagen, Leon Schottari könnte es in meinem Falle sein, natürlich in deinem Falle könnte es irgendeine andere und ein anderer Name sein, dann darunter gehen wir nochmal die URL an für unsere Kampagne, das heißt, hier können wir zum Beispiel nun sagen, okay, wir wollen eine bestimmte URL haben oder sie wird halt automatisch generiert, ich denke sogar in diesem Fall wird sie nur automatisch generiert, genau, dann remind people how they signed up to your list, das heißt, hier nochmal so einen kleinen Reminder, da kann ich zum Beispiel schreiben, sowas von wie, du bist, du bist Teil dieser, dieses, dieser E-Mail-Liste, weil du dich in meinen Newsletter via einer Lead-Werbeanzeige auf Facebook eingeschrieben hast. So, zack, haben wir das schon mal, so, dann geben wir hier einfach nochmal unsere Informationen ein und dann, wie gesagt, haben wir das Ganze auch schon geschafft, hier unten klicken wir nur nochmal auf Enable Double Opt-in und dann Enable GDPR Fields, GDPR heißt einfach nur DSGVO auf Englisch und dann können wir hier nochmal angeben, dass wir zum Beispiel eine tägliche Zusammenfassung wollen oder halt irgendeine andere Zusammenfassung, ich mag ganz gerne immer die tägliche Zusammenfassung, das heißt, wenn sich neue Leute zum Beispiel in diese Liste einschreiben, mal sehen, ich denke, einige Sachen müssen wir auch angeben, zum Beispiel hier müssen wir den Postal-Code angeben, kann ich immer irgendeinen eingeben, also praktisch unsere, ja, praktisch die, die Adresse von unserem Bezirk, beziehungsweise halt die, die Postleitzahl, dann scrollen wir runter, klicken auf Save und dann müssten wir damit auch schon durch sein und jetzt haben wir hier eine neue Liste erstellt, wir können jetzt hier jederzeit eine Liste importieren, ich würde halt in deinem Fall sagen, bei Facebook kriegen wir ja ein CSV, das heißt, ich würde die CSV-Datei nehmen und die einfach hier einfach hochladen, wenn ich jetzt hier unten auf Next klicke, können wir diese Liste gleich hochladen und dann, wie gesagt, haben wir den großen Vorteil, nämlich, wir können jetzt praktisch hier das Ganze hochladen und können dann halt direkt diese ganzen Leute in Mailchimp integrieren und damit dann, wie gesagt, auch die Leute targetieren, die sich bei uns eingeschrieben haben. Als nächstes wollen wir uns aber nochmal anschauen, wie man genau denn eigentlich einen Newsletter direkt in Mailchimp erstellt, weil jetzt hast du die E-Mail-Adressen, die hast du über den Lead-Werbeanzeige bei Facebook generiert und jetzt wollen wir natürlich auch unseren Firewall-Gig promoten. Wie genau macht man das am besten? Naja, relativ einfach. Wir gehen hier oben auf Templates und wenn wir das Ganze gemacht haben, klicken wir hier oben auf Create Template und dann können wir eins von diesen existierenden Templates hier verwenden. Das sind alle möglichen Templates, wo man praktisch schon ein Template für den eigentlichen Newsletter hat, das heißt, es ist so ein bisschen Drag und Drop. Ich kann hier rumziehen und Sachen einfügen und daraus kann ich dann halt meinen Newsletter erstellen. Es gibt zwar einige, die ich sehr schön finde, einige Templates und es gibt auch andere, die vielleicht nicht so schön sind, aber die meisten hier sind eigentlich ziemlich professionell und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Wir können uns ja mal einen Newsletter hier anschauen, zum Beispiel den hier. Ich finde, der sieht gar nicht mal schlecht aus. Der nennt sich Invitation. Da klicken wir jetzt einfach mal drauf und dann können wir hier den Content direkt in diesem Newsletter verändern. Hier ist übrigens natürlich auch wichtig, dass du eine Art Impressung hast, das heißt, dass du zum Beispiel sagst, okay, mein Name ist Leon Schottari, das ist meine Datenschutzerklärung, hier ist mein Impressum und so weiter und so fort. Du kannst jederzeit von dieser E-Mail unsubscriben, was praktisch bedeutet, dass du dich austragen kannst aus meinem Newsletter. Das ist übrigens der CRN Spam-Act. Dagegen musst du dich auch auf jeden Fall, oder da musst du dich auf jeden Fall nachrichten. Wichtig ist immer, dass du also einen Unsubscribe-Button in deiner E-Mail drin hast und wenn du jetzt hier zum Beispiel sagst, okay, ich möchte etwas über diesen Newsletter verkaufen, dann würde ich zuallererst mal hier oben bei der Überschrift hinschreiben, warum Leute etwas kaufen sollten beziehungsweise worum es sich beim Newsletter handelt. Zum Beispiel könntest du sowas schreiben wie, es kommt natürlich darauf an, welche Strategie du wählst, ob du einmal sagst, ich will lieber eine Content-basierte Strategie haben oder eine Sales-basierte Strategie. Wenn es zum Beispiel dir wirklich nur darum geht, mit diesem bisschen Content so sinnvoll wie nur irgendwie möglich zu agieren und zu sagen, ich versuche grundsätzlich mit diesem bisschen Content Leuten etwas zu verkaufen, dann kannst du natürlich hier eine relativ Clickbaity-Title kannst du da nehmen, also zum Beispiel so einen Titel wie jetzt 50% Rabatt oder irgendwie sowas. Jetzt 50% Rabatt auf meine Services und dann könntest du hier unten wie gesagt anfangen darüber zu sprechen, zum Beispiel sowas wie Fiverr Gig und darunter, das müssten wir jetzt wieder ein bisschen größer machen, können wir immer schauen, sagen wir mal, wir nehmen hier Größe 18, vielleicht noch ein bisschen größer, machen wir Größe 20. Können sie hier zum Beispiel sagen, Trends, oder das ist ja tatsächlich so eine englische Nachricht, das heißt wir müssen das umändern auf Englisch, get, get a 50% Discount on your next order. Sowas zum Beispiel und dann könnte man hier unten sagen Translation and Proof Reading oder wir können sowas sagen wie Cheap Translation and Proof Reading Cheap Translation and Proof Reading und dann können wir hier unten natürlich nochmal den Text einfügen und können alles mögliche schreiben, wichtig ist aber nun eher für uns, dass wir auf Fiverr gehen und uns einfach mal den Gig nehmen, das heißt wir klicken jetzt hier auf Gigs und nehmen uns zum Beispiel diesen Gig hier, klicken auf Share, nehmen den Link und wir können ihn zum Beispiel hier in diesen Button einbauen, indem wir einfach auf den Button klicken, geben hier die Webadress URL ein, das ist halt wie gesagt zu unserem Fiverr Gig, können zum Beispiel sagen Buy Now oder sowas wie Learn More, könnte man auch nehmen, ich würde jetzt mal sagen, in unserem Fall ist es tatsächlich besser Buy Now, der Link übrigens sollte vielleicht nicht nur unbedingt zu deinem Gig sein, sondern du kannst natürlich auch, wenn du hier auf More klickst und dann auf Promote Yourself, kannst du natürlich auch hier einen Custom Offer erstellen, kannst es da wie gesagt ein bisschen günstiger machen, dann würdest du natürlich auch deinem Versprechen hier von 50% Discount würdest du auch entsprechen. Dann hier unten ist wie gesagt wichtig, dass du da reinschreibst, wem das Copyright gehört, wer du bist, es muss also praktisch ein Impressum geben, man sollte grundsätzlich diesen Unsubscribe Button hier bitte nicht löschen, nämlich Unsubscribe from this list, bitte, bitte, bitte nicht löschen, weil das ist einfach vorgeschrieben, das ist wichtig, dass du so etwas hast und vor allen Dingen könnte man auch nochmal einen Link zur Datenschutzerklärung machen, falls du eine hast oder du brauchst eigentlich eine. Ich bin aber wie gesagt kein Experte im Bereich Recht, hier bitte nochmal jemanden konsultieren, der vielleicht mehr weiß als ich, aber das sind zumindest Dinge, auf die ich Wert lege. Du kannst natürlich auch hier jederzeit Fotos ändern, indem du hier klickst auf Replace und dann wie gesagt kannst du hier unten ein Foto hochladen. Jetzt in unserem Falle lasse ich das einfach mal sehr simpel, es geht wirklich nur darum, dass du praktisch diesen E-Mail Newsletter auch rausschickst und das möchte ich dir jetzt zeigen. Nämlich, wir gehen zusammen mal hier unten ganz rechts in die Ecke und klicken auf Save and Exit. Wir können dieses Template zum Beispiel nennen Fiverr, klicken auf Save und jetzt haben wir hier diese ganzen Templates. Was ich nun mache, ist, ich klicke auf Campaigns und ich klicke dann hier auf Create Campaigns und anschließend dann können wir uns halt eine Kampagne auswählen, das kann zum Beispiel wie gesagt E-Mail sein, können die Kampagne Fiverr nennen, klicken auf Beginn und dann hier oben oben zuallererst, wen genau wollen wir erreichen? Das wäre natürlich jetzt in unserem Falle, wir haben jetzt leider noch keinen Kontakt drin, deswegen wird er uns wahrscheinlich gleich sagen, na, sie können das nicht machen, aber wir sollten jetzt natürlich die Liste zum Beispiel nehmen Fiverr, die hatten wir auch eben gerade erstellt, Fiverr Newsletter Liste und wir wollen alle targetieren, wir klicken mal hier auf Save, ja, er sagt halt, du brauchst mindestens einen Subscriber, wir haben natürlich keinen jetzt, genau, deswegen müssten wir jetzt eine Person hinzufügen, nehmen wir aber mal an, wir hätten einen Subscriber, dann wie gesagt, können wir das Ganze tun, ich kann es euch auch einfach mal gerade mal so theoretisch zeigen, wir können ja mal eine andere Liste wählen, wo ein Subscriber drauf ist, nehmen wir mal eine von denen hier zum Beispiel und klicken auf Save und dann wäre das zum Beispiel hier für meine Firmenliste, haben wir also nun hier praktisch 60 Recipients oder vielleicht soll ich das sogar mal nicht, dass wirklich Leute aus meiner Firma jetzt eine E-Mail bekommen, klicken wir mal auf Save und dann hier unten haben wir zum Beispiel die E-Mail, von wem das Ganze kommt, das ist natürlich meine persönliche E-Mail und dann hier Subject, what's the line for this campaign, könnte man zum Beispiel hinschreiben, sowas wie 50% Discount und on all my services, könnte man sagen und dasselbe könnte auch als Preview Text da stehen und dann klicken wir auf Save, haben wir das Ganze fertig und jetzt Content, hier können wir eine E-Mail designen, das heißt wir können jetzt hier auf das Template gehen oder wir nehmen halt einen von unseren Save Templates, nämlich das Template, das wir eben gerade erstellt haben, klicken wir also hier auf das Template drauf, klicken dann auf, eigentlich auf Save and Close, genau und dann haben wir dieses Template uns nun hier ausgewählt, dann haben wir hier unten nochmal den Kampagnen-Link, den können wir auch nochmal verändern, wenn wir wollen, zum Beispiel können wir den nennen 50 Discount on all services oder 50% Discount, muss vielleicht ein bisschen kürzer zu machen oder wir können es auch 50PD nennen oder irgendwie sowas und dann klicken wir auf Save, dann haben wir das Ganze hier schon mal abgeschlossen und jetzt hier unten können wir das Ganze natürlich auch mal verbinden mit Facebook und Twitter und so, ist meines Erachtens jetzt erstmal nicht nötig und wenn wir jetzt hier oben auf Send klicken, dann wird diese E-Mail rausgeschickt, das heißt, mit diesem Newsletter wird dann eine Person erreicht, die wir jetzt hier drin haben, nämlich ein Recipient, wenn ich jetzt zum Beispiel 1000 drin hätte, würden halt 1000 Leute diese E-Mail erhalten und das Gute wäre, wie gesagt, dann, dass ich auch in Mailchimp ganz genau schauen kann, wie erfolgreich diese Kampagnen waren. Wir können ja mal hier zurück auf Kampagnen gehen und dann siehst du, ich habe halt hier haufenweise Testkampagnen schon mal gestartet, das sind jetzt wie gesagt Kampagnen, die ich meist für irgendwelche Online-Kurse gemacht habe, aber wir können dann hier zum Beispiel auf View Report klicken und dann sehen wir halt, wie viele Leute sich tatsächlich denn, wie viele die es geöffnet haben, wie viele Leute es gesehen haben, wie viele Leute in der E-Mail geklickt haben und so weiter und so fort. Das wie gesagt, ist immer eine Option, die wir dann nochmal haben. Aber gut, wir haben also nun über Facebook eine Lead-Werbeanzeige erstellt. Wir haben Leads eingesammelt, die ist natürlich auch DSGVO-konform. Diese Liste haben wir dann heruntergeladen durch einen CSV oder mit einer oder in einer CSV-Datei und diese CSV-Datei haben wir dann hier hochgeladen. Wir haben ein Template erstellt und dieses Template können wir nun verwenden, um praktisch Leute unseren Newsletter zukommen zu lassen und dann können wir, nachdem der Newsletter rausgegangen ist, natürlich nach ein paar Tagen oder nach ein paar Stunden, können wir analysieren, wer denn eigentlich in den Newsletter sich für den Newsletter interessiert hat, das heißt, wer geklickt hat zum Beispiel und dann, wie gesagt, haben wir schon mal einige Informationen. Wir werden aber, denke ich, auch relativ bald sehen, ob Leute von uns gekauft haben auf Fiverr oder nicht. Wir können natürlich da nochmal einen Tracking-Link einführen, wenn wir wollen. Das ist zum Beispiel sehr gut möglich über so ein Custom-Offer, wenn wir zum Beispiel nur ein bestimmtes Custom-Offer erstellen und das über unseren Newsletter rausschicken, dann können wir zum Beispiel tracken, okay, aha, daher kamen die Sales und die kamen nicht organisch über Fiverr, aber du wirst so oder so merken, kommt da was rein oder kommt da nichts rein. Das Schöne, wie gesagt, ist, dass man das Ganze in Fiverr meist relativ einfach nachschauen kann. Das war nun der gesamte Prozess. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Fragen hast, dann schreib sie gerne jederzeit an mich. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können.